Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in der Sendereihe von A. wie Astrologie bis W. wie Wissenschaft. Heute zu Gast im Studio die Diplom-Ingenieurin, die in Agrarwissenschaften studiert hat, Annegret Becker-Baumann, die aber zugleich, und das mag vielleicht heute interessanter sein, das Astrologiezentrum in Hannover leitet. Frau Becker-Baumann, herzlich willkommen. Ja, dankeschön. Wie immer in unserer Sendung würde ich Sie gerne erstmal etwas zur Person fragen. Wer sind Sie, woher kommen Sie? Erzählen Sie einfach mal. Also ich bin in Hannover geboren, habe hier die Schule besucht, bin sehr früh ins Ausland gegangen, habe in England gelebt, in Paris gelebt, habe später Gartenbau studiert hier in Hannover, bin Diplom-Ingenieurin geworden und habe dann in der Beratung des ökologischen Landbaus gearbeitet. Das heißt, die Beratung war schon immer irgendwie mein Thema. Diese Auslandsaufenthalte interessieren mich. Sie sind in Frankreich und in England gewesen. Was waren das für Aufenthalte? Also in England bin ich quasi als besseres Au-pair-Mädchen gewesen, das heißt als Domestic Help in einem Altersheim habe ich da gearbeitet ein Jahr lang und nebenbei die üblichen Sprachkurse belegt und dann das Certificate of Proficiency abgelegt, um sozusagen im Berufsleben quasi meine Englischkenntnisse belegen zu können. Dann habe ich über das deutsch-französische Jugendwerk seinerzeit einen Aufenthalt in Frankreich in Paris gehabt und habe da wegen meiner guten Englischkenntnisse in einer amerikanischen Flugzeugfirma in Paris gearbeitet. Also richtig Geld verdient. Ja, richtig Geld verdient. Und nebenbei wie immer die Sprache gelernt. Sie können also Englisch und Französisch. Ja. Sie haben dann, als Sie zurückkamen nach Deutschland, wie alt waren Sie da? Da war ich etwa 22, 23. Da habe ich Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgemacht und dann Gartenbau studiert. Und warum Gartenbau? Warum nicht was, wo man mehr Geld verdienen kann? Och, das hatte, ja, das hatte zwei Gründe. Der eine war, dass ich mich parallel beworben hatte für Französisch und Politik bei der Z, wie heißt das, bei dieser zentralen Studienvergabestelle. Und die haben mir damals keinen Studienplatz gegeben und haben gesagt, es gäbe den von mir gewünschten Studienplatz nicht. Ich weiß bis heute nicht, was da schiefgelaufen ist. Sie wollten eigentlich was anderes? Ich wollte eigentlich Französischlehrerin werden. Ah, okay. Und parallel hatte ich mich an der Uni beworben, weil mich eben alles, was rund um Natur und Garten und Anbau von Lebensmitteln interessierte, mich eben auch. Und dann hatte ich mich parallel dafür beworben und siehe da, der Studienplatz wurde mir gewährt und so bin ich deutscher Ingenieur geworden. Für Agrarwissenschaften. Genau. Und nach dem Studium, wie ging es dann weiter? Na ja, als ich angefangen habe, ich habe 1977 angefangen zu studieren, da war ja so gerade in Deutschland so eine hohe Zeit der ersten Ökologiebewegung. Die Grünen haben sich damals gegründet, weil die Umweltverschmutzung auch weltweit ja so extrem Ausmaße angenommen hatte. Die konventionelle Landwirtschaft geriet ins Visier der kritischen Stimmen. Und es gab 1977 dann das erste ökologische Symposium für ökologischen Landbau in Göttingen. Und da bin ich hingefahren, habe Biobauern kennengelernt, habe Wissenschaftler kennengelernt, die sich für ökologischen Landbau einsetzten und war damals so begeistert, dass ich dann sozusagen das mir auf die Fahnen geschrieben habe und das von vornherein immer erforscht habe, versucht habe, das zu unterstützen. Und nach dem Studium war es dann folgerichtig. Es gab den damals recht neu gegründeten Versuchs- und Beratungsring ökologischer Landbau in Fallingbostel, gegründet von Konrad Timm seinerzeit und anderen Mitstreitern. Und da habe ich dann angefangen zu arbeiten. Und diese ökologische Landbauausrichtung, da gibt es ja verschiedene Ausprägungen. Waren Sie jetzt mehr auf der Demeter-Schiene oder mehr auf der Bioland-Schiene oder gab es da noch was Drittes? Im Grunde war es so, dass wir beide Richtungen gut fanden und dass ich mich auch mit beiden Richtungen intensiv beschäftigt habe. Und es gab auch andere Richtungen, die ich jetzt gerade nicht so präsent habe. Naturland, glaube ich, gab es schon. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Also im Ökoring habe ich seinerzeit jedenfalls biologisch-dynamische Produkte hergestellt, also die Präparate. Auch auf die steinerschen Präparate mit dem gefüllten Kuhraum und verbrauchen bei der richtigen Mondphase. Ja, so genau weiß ich das jetzt nicht mehr, wie das funktioniert. Aber im Prinzip war ich vier Wochen in Dornach und habe eine Intensivausbildung für junge Gärtner mitgemacht. Also Sie sind in die Anthroposophie in Dornach eingestiegen? Ja, auf jeden Fall. Haben Sie den Kobayzer Landkurs nochmal repetiert und ähnliche Sachen gemacht? Ja, genau. Ah ja. Und das ist ja eigentlich ein sehr zukunftsträchtiges Feld, ökologischer Landbau. Man berät die Leute, heutzutage ein Massengeschäft. Warum machen Sie das nicht mehr? Ja, also damals war dann nach drei Jahren ein bisschen die Luft raus. Es gab alle möglichen Gründe, da wegzugehen. Und ich hatte ja bis dahin auch immer eine Wochenendbeziehung geführt, weil ich offiziell einen Wohnsitz noch in Hannover hatte und die Woche über in Fallingbostel verbrachte. Ich habe dann, als ich da weggegangen bin, noch eine Zusatzqualifikation gemacht zur Fachkraft für Umweltschutz und habe dann auch noch als Geschäftsführerin beim LBU gearbeitet, beim Landesverband Bürgerinitiative und Umweltschutz. Ist das eine Unterorganisation von BUND? Nee, das ist was ganz eigenständiges. Ja, Konkurrenz kann man nicht sagen. Es ist was ganz Unabhängiges. Es ist eben auch landesweit vertreten, nicht bundesweit wie der BUND. Und dann bin ich aber schwanger geworden und habe dann erstmal Familienpause gemacht. Wie lange ging das? Was? Die Pause? Och, die ging bis zu meiner neuen Selbstständigkeit im Jahre 1995, 1996. Also sehr lange. Sie haben die Familie großgezogen. Ja, und ich habe in der Zeit quasi mein bis dahin sozusagen als Hobby gepflegtes Interesse die Astrologie professionalisiert. Also ich habe quasi am Ende des Studiums schon Astrologie kennengelernt und habe dann mich weitergebildet quasi. Also jetzt wissen wir, warum Sie heute nicht mehr ökologisch unterwegs sind, jedenfalls nicht professionell als Anbieter, sondern Sie haben aufgrund Gründung einer Familie Kinder großziehen. Wie viele Kinder haben Sie? Ich habe zwei Kinder, eine Tochter, einen Sohn. Und in der Zeit haben Sie aber schon ein Hobby gehabt und das war die Astrologie. Genau. Wieso interessiert sich eine Agrarwissenschaftlerin, Betonung auf Wissenschaftlerin, für Astrologie? Ja, das fing schon sehr früh an, dieses Interesse an Astrologie. Das hat im Grunde damit begonnen, dass ich in meinen jungen Jahren mal eine ältere Dame kennenlernte und als es irgendwelchen Ärger zu Hause gab, weil ich mich irgendwie verhalten hatte, was den Eltern nicht gefiel, sagte die damals eben, ja, du bist ja auch Schütze, das ist ja auch typisch. Ich habe das nicht verstanden und wollte da mehr von wissen und sie hat mir das nicht erklärt, hat da ein Geheimnis rausgemacht und alles, was man nicht versteht, hat sich ja fest. Der Satz hat mich dann nicht mehr losgelassen und von da an habe ich angefangen, mich ein bisschen mit Tierkreiszeichen zu beschäftigen, so weit, dass damals, das war ja Ende der 60er, möglich war. Ich habe ein paar Jahre später auf dem Flohmarkt ein Buch gefunden, Linda Goodman, Astrologie Sonnenklar, das Buch gibt es heute immer noch. Köstliches Buch für Einsteiger, damals habe ich mich gut amüsiert und gleichzeitig meine erste kleine Systematik über Astrologie, über die zwölf Tierkreiszeichen kennengelernt. Nochmal festhalten, wann war das, als Sie dieses Buch gelesen haben ungefähr? Ja, ungefähr vielleicht 1972 oder 1974, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Anfang der 70er irgendwie. Und dann habe ich ein gutes Gedächtnis für Zahlen und habe mir deswegen auch Geburtstage gut merken können und deshalb habe ich dann relativ früh gemerkt, dass in meinem Freundeskreis bestimmte Tierkreiszeichen häufiger auftauchten als andere. und all das hat mich dann irgendwie doch bewogen, da irgendwie zu ahnen, dass es da tatsächlich eine, dass es da etwas geben könnte, was vielleicht die meisten Leute gar nicht wahrnehmen und dem ich dann mehr nachgehen wollte. Das war immer so en passant, wie es sich gerade ergab. Das war ja jetzt noch die Zeit, wo Sie noch in der Beratung im ökologischen Kreis waren. Nein, 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 das war noch vor allem. Das war im Grunde... Ah, das war ja sogar noch vor dem Studium. Ja, ja, das ist genau. Und ich habe ja dann nach Paris, nachdem ich aus Frankreich zurückgekommen bin, mein Abiturnacht gemacht. Da hat mir ein Mitschüler damals ein Buch über die Astrologie geschenkt von, wie hieß er, Löhlein? Löhlein, Wolfgang oder Löhlein? Nee, Fritz, Hans, ich weiß den Vornamen nicht mehr, aber Löhlein auf jeden Fall. Die ist die zu dicke Löhlein, genau. Und der war dann so der nächste Schritt zu verstehen, aha, auch wenn man das alles sehr lustig und sehr ironisch anguckt und dennoch gibt es da so etwas wie zwölf Typen, die man gut unterscheiden kann und wo man quasi, ja, einfach ein Gespür für kriegen kann, wenn man jemanden besser kennt, welchem dieser zwölf Typen dieser Mensch wohl zugehören könnte. Und von da an hat es mich dann eigentlich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich angefangen, mir mein erstes Astrologiebuch selbst zu kaufen, ein ziemlich teures von Julia und Derek Parker über Astrologie. Habe versucht, mit dem Buch das Horoskop selbst auszurechnen, was mir aber nicht gelungen ist. Ich brauchte immer einen Lehrer, um etwas Neues zu lernen. Und dann habe ich gegen Ende des Studiums tatsächlich von einer Astrologin erfahren, die hier in Hannover aktiv war, Phoebe Wiss, eine Engländerin, die mit einem Schweizer verheiratet war. Die gab seinerzeit in Hannover Astrologieunterricht. Und wo hat die das gemacht? Bei den Sanyassins in der Sedanstraße. Das war? Wie war Sanyassin? Osho. Ja, genau. Damals hieß er noch nicht Osho, damals hieß er noch Bhagwan. Aber das waren die einzigen, die damals Astrologiekurse anboten, zumindest von denen ich erfahren hatte. Und dann bin ich da sofort hingegangen und habe das gemacht. Und das wirklich Interessante und Witzige war, dass sie eben mit einem Professor Wiss aus der Schweiz verheiratet war, der nun wieder Nematodenspezialist war in der Fakultät für Gartenbau in Hannover, sodass ich sagen konnte, am Ende meines Studiums habe ich bei Herrn Wiss alles über Nematoden gelernt im Gartenbau. Was sind Nematoden? Das sind so kleine Fadenwürmer, die in der Erde sind und als Schädlinge manchmal auftreten. Und bei seiner Frau habe ich das Wesentliche fürs Leben abends gelernt, was ihm etwas peinlich war. Ich habe ihn mal darauf angesprochen, aber das war ihm alles sehr suspekt, dass seine Frau nun sowas ganz Esoterisches da machte. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Der wohnte auch in Hannover? Ja, der wohnte in Hannover. Er war Schweizer, sie war Engländerin. Die wohnten damals in der Würdekastraße. Und sie gab eben diese Astrologiekurse und war San Yassin und beschäftigte sich mit allerlei... Er auch? Nein, überhaupt nicht. Er war Wissenschaftler durch und durch und nüchtern. Er hatte das Kindeschaft. Naja, die Ehe hat nicht gehalten. Ah, okay. Aber immerhin, es war ja mal ein Anfang. Und insofern fand ich das ganz witzig, dass ich... Und die Frau Föbel, wiss, ist die in Hannover geblieben? Nein, die ist nach England zurückgegangen. Nachdem die Ehe auseinander ging? Ja, das weiß ich nicht. Wir haben uns dann aus den Augen verloren und ich habe sie vor einigen Jahren tatsächlich wieder getroffen, als ich in England auf einer Astrologentagung war. Da war sie aus Bath angereist. Und wo waren sie da? In Bath? Nein, die Tagung war in Hertfordshire in der Nähe von London. Also nicht allzu weit weg von London. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Hatten Sie den Eindruck, dass die Frau Wiss jetzt eine Osho-Astrologie unterrichtet oder war das eine ganz, ganz nüchterne Astrologie? Nüchtern war sie sicherlich nicht. Nüchterne Astrologie würde ich... Nein, das passt wirklich nicht zu ihr. Aber natürlich war sie durch Osho oder wurde sie immer mal wieder beeinflusst. Sie ging dann nach Amerika, besuchte ihn und das... Ja, dann brachte sie neue Ideen mit. Aber im Grunde hat sie klassische Astrologie unterrichtet, glaube ich. Was das ist, werden wir nachher noch ausführlich erörtern. Dann war das wie lange der Unterricht bei Frau Wiss? In welchem Jahr sind wir jetzt in ihrer Biologie? Also 1983 habe ich begonnen, im Januar Astrologie zu lernen. Bei ihr? Ja, bei ihr. Wie hat sie das gemacht? Ja, also wie gesagt, im Oschlundzentrum. Beziehungsweise im Wagwan-Zentrum. Einmal pro Woche, montags oder so. Zwei Stunden? Genau, am Abend waren wir da eben mit zehn Leutchen, saßen auf dem Fußboden. Ich weiß bis heute nicht, wie das ging, aber es ging. Und haben gelernt, wie man ein Horoskop per Hand berechnet. Aber sie sagten, dass du nicht im Lotus sitzt. Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir da erst erst mal gelernt, wie man ein Horoskop berechnet. Weil damals gab es ja noch keine Computer, niemand hatte einen PC zu Hause. Wer also astrologisch arbeiten wollte, musste als allererstes mal das Handwerk lernen. Und das ist ja für viele Leute so auch eine große Hürde, weil das heißt, ich muss ein bisschen Astronomie verstehen, ich muss ein bisschen Berechnungen können, ich muss im Grunde die Bewegung am Himmel mehr oder weniger nachvollziehen, können, damit ich diese, beziehungsweise es gibt natürlich eine Rechenroutine, die man dann auch erlernen kann. Aber, und wir haben das ja auch sehr schnell bei ihr gelernt. Sie war eine gute Lehrerin, wie ich finde. Aber es ist für viele Leute doch immer eine Hürde gewesen. Oh, rechnen kann, will ich nicht, ne? Aber wir haben das bei ihr gelernt. Und danach habe ich dann noch zwei weitere Kurse gemacht, wo wir dann ein bisschen in die Deutung eingestiegen sind. Genau, ich habe quasi ein Dreivierteljahr lang, drei Kurse lang bei ihr gelernt. Und danach hatte ich genug Material, weil ich dann inzwischen ja auch schon nach Fallingbostel gegangen war zum Arbeiten, um in der Einsamkeit der ländlichen quasi autodidaktisch für mich zu arbeiten. Im Wendland gewissermaßen? Na, Wendland ist das nicht. Das ist bei Walsrode, das ist, was ist das so auf dem Weg zur Nordheide. Das war jetzt Ende 83? Ja, von Anfang bis Ende 83, genau. Das Jahr 1983 ist für mich ein wichtiger Wendepunkt. Also Sie sind jetzt gewissermaßen grundausgebildet in Astrologie und befinden sich in Ihrem ökologischen Beraterkreis, machen dort tagsüber geldverdienend Arbeit und abends das Hobby Astrologie. Genau. Kann man das so zusammenfassen? Ganz genau. Dann haben Sie dann für sich gearbeitet oder hatten Sie dann Kontakt zu anderen Astrologen? Ich hatte Gott sei Dank Kontakt zu anderen Astrologen, nicht viel, aber immerhin. Beziehungsweise ich habe dann eine nette Freundin kennengelernt, die Frau meines damaligen Chefs. Und sie interessierte sich auch sehr für Astrologie und ich habe ihr dann quasi alles weitererzählt, was ich gelernt habe. Und insofern ist sie im Grunde fast meine erste Schülerin geworden. Sie hat später auch die Prüfung beim DAV gemacht. DAV war? Der Deutsche Astrologenverband. Kommen wir nachher nochmal drauf. Genau. Und jedenfalls habe ich mit ihr sehr viel gearbeitet und das war natürlich für uns beide sehr unterstützend, weil das Gespräch sehr wichtig ist. Wenn Sie mit dieser Freundin bei Fallenbrust, dann sind wir jetzt im Jahr 1986. Ja. Aber mehr haben Sie da an Berufskontakten astrologischer Art nicht gehabt? Nein. Ich habe natürlich in der Zeit immer auch versucht zu gucken, wo gibt es noch Weiterbildungsmöglichkeiten. Es gab ja damals keine Ausbildungszentren für Astrologie, so wie es das heute gibt. Das heißt, die Leute mussten hören, wo gibt es ein Seminar, wer bietet was an. Ich bin im Grunde quer durch die Republik gereist, um alle möglichen Techniken zu lernen, Spezialwissen anzuhäufen, meine Grundkenntnisse aufzubessern. Also ich habe bei Frau Wangemann in Wuppertal Kurse besucht. Wann war das bei Frau Wangemann? Ja, weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachgucken. Aber alles so in dieser Zeit zwischen 1983 und 87, könnte man sagen. Also Sie haben dann vier Jahre lang nicht nur mit Ihrer Freundin Astrologie gemacht, sondern auch bei Anbietern Kurse. Genau. Ich habe Kurse belegt, Wochenendseminare waren das meistens. Auch hier in Hannover gab es dann mal was, überraschenderweise. Auch das habe ich mitgemacht. Wer hat das gemacht? Ich weiß den Nachnamen nicht mehr. Monika hieß die Dame, die hatte in der Eckerstraße ein kleines Esoterik-Lädchen oder Buchladen oder so. Und dann habe ich von Thorvald Detlefsen gehört und habe dann eine Woche Thorvald Detlefsen-Seminar besucht. Wie war das, dieser Guru? In Brien am Chiemsee. War er ein Guru dort oder noch nicht? Doch, er war wahrscheinlich schon eine Art Guru. Er war, ich fand ihn gut, ich habe ihn immer sehr geschätzt. Er war aus meiner Sicht jemand, der das lebte, was er glaubte, der also wirklich aus seiner Überzeugung heraus lebte. Auch ein Schütze mit Steinböck-Astern, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Er war nach außen oft recht kühl und schien unnahbar zu sein. Deswegen hatte man so ein bisschen Berührungsängste auch. Aber wenn man ihn wirklich ansprach, dann war er sehr zugänglich und offen. Also, ich weiß noch genau, dass wir damals in der Anfängergruppe beim Essen uns überlegten, was mag er wohl für ein Tierkreiszeichen sein, beziehungsweise, das wussten wir ja, aber welchen Aszendenten hat er, also Geburtsdaten. Und die Hälfte der Schüler sagten, oh, das darf man ihn nicht fragen. Und die andere Hälfte sagten, natürlich kann man das fragen. Und also da war so ein Streit, kann man so einen wichtigen Mann einfach auch nach seinen Geburtsdaten fragen. Und ich habe das dann gemacht, mutig wie ich war. Und er war ganz entspannt und sagte, selbstverständlich sage ich ihm dir, haben Sie was zu schreiben? Und zack, zack, schon hatte ich seine Geburtsdaten. Also da war er völlig nicht wichtig-tuerisch oder arrogant oder so. Er war einfach, wenn man an ihn herantrat, ein ganz normaler, netter Mensch. So habe ich ihn jeweils immer wahrgenommen. Aber im Unterricht oder in der Öffentlichkeit doch eher auf Distanz bedacht. Und er war ein begnadeter Redner und er hatte ein großes Wissen von den Themen, die mich interessierten. Also von daher waren das besondere Kurse. Ja, alles rund um Esoterik, um Astrologie, um Spiritualität, um die Bibel, Tarot, Talmud. Er kannte sich in den großen Religionen sehr gut aus. Er hatte sich mit den Themen von Eingeweihten beschäftigt. Also er war rundum sehr gebildet in Bereichen, von denen ich fast keine Ahnung hatte. Das war Ihr Einstieg in die Esoterik? Ja, ich glaube schon. Ich hatte zwar vorher schon auch das Buch von ihm gelesen, Schicksal als Chance. Dass es heute noch gibt? Dass es heute noch gibt. Beim ersten Mal habe ich mich furchtbar darüber aufgeregt über so einen Unfug. Das war für mich so eine fremde Materie, dass ich gar nicht glauben konnte, dass es Leute gibt, die sowas ernst nehmen. Und schon ein halbes Jahr oder ein Jahr später habe ich dann nochmal den Versuch gemacht. Und siehe da, inzwischen hat sich irgendwas radikal verändert bei mir. Und ich habe das Buch verschlungen und habe es seither vielen Menschen geschenkt, weiterempfohlen. Es ist für mich nach wie vor eines der grundlegendsten Bücher überhaupt zu diesem Thema. Das bringt mich auf einen persönlichen Bereich von Ihnen. Sie sind ja auch christlich engagiert. Ja, mal mehr, mal weniger. Ich war lange Jahre in der Kirchengemeinde bei mir zu Hause in Finnerst engagiert. Habe da alle möglichen kleinen Sachen gemacht. Habe auch sogar mich mal im Kindergottesdienst ausprobiert und in der Gefängnisarbeit, weil wir ja das Gefängnis bei uns gegenüber haben. Das habe ich ziemlich lange, ziemlich intensiv gemacht. Wie muss man sich das vorstellen? Was haben Sie da gemacht? Da das Gefängnis quasi zum Gemeindebereich gehört, haben der Pastor unserer Kirchengemeinde und der Pastor vom Gefängnis oder einer der Pastoren des Gefängnisses sich zusammengetan und haben eine Gruppe gebildet, quasi aus Freiwilligen aus dem Gefängnis und Freiwilligen aus der Kirchengemeinde, die sich unter einem bestimmten Thema siebenmal getroffen haben. Die erste Hälfte des Abends verging immer mit Kaffee trinken, Kekse essen und miteinander ins Gespräch kommen und zu klönen. Und die zweite Hälfte haben wir dann zu dem speziellen Thema gearbeitet und haben einen Gottesdienst vorbereitet, der dann im Gefängnis abgehalten wurde am Ende der Zeit. Das war eine sehr berührende, intensive Arbeit. Da fand ich sehr, sehr wichtig für mich. Und die Insassen, wie muss man das vor? Schwerverbrecher oder eher leichtverbrecher? Also kürzere Haftstraßen, längere Haftstraßen? Sehr unterschiedlich. Das erste, was ich damals gelernt habe, ist nicht nach dem zu fragen, weswegen sie hier sitzen. Wenn mir das jemand freiwillig erzählen wollte, okay, aber es war nicht ein Thema, was ich anzusprechen hatte, weil es eine ganz wichtige Sache ist, auch Menschen nicht darüber immer permanent zu definieren, sondern, weil in dem Moment ich sage, was machen sie hier, weswegen sitzen sie hier, definiere ich mich schon wieder über dieses Verbrechen, was ich begangen habe. Und wir wollten einfach den Menschen erreichen, in dem, was ihn sozusagen bewegt, was vielleicht auch der Grund ist, warum er in dieser Gruppe ist und so weiter. Und Sie sind Protestantin? Ja. Und diese Arbeit in der Kirchengemeinde, die kam aus einem protestantischen Grundverhältnis zum Glauben. Was hat dann die Begegnung mit Schicksal als Chance, als Buch und dann Detlef in live mit Ihnen gemacht? Hat es Sie verändert? Oh, ich glaube schon. Es hat mich sehr verändert, glaube ich jedenfalls. Es hat meinen Blick auf spirituelle Zusammenhänge, glaube ich, geweitet. Was meinen Sie damit? Naja, der protestantische Blick auf Glaube ist in meiner Weltsicht inzwischen doch ein sehr enger. Es wird sehr klar definiert, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und was man denken und glauben darf und was man nicht denken und glauben darf. Und das empfinde ich inzwischen als sehr, sehr einschränkend. Und früher haben wir Protestanten uns ja manchmal lustig gemacht über die katholischen Menschen, die ja bei uns nicht so häufig vorkommen und den katholischen Ritus und solche Dinge. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, immer wenn man sich sozusagen mit einer Sache identifiziert und die anderen nicht zulässt, dann ist die eigene Welt sich doch eine sehr enge, weil man da nicht versteht, was den anderen eigentlich bewegt. Und insofern aus diesem sehr protestantischen Blickwinkel herauszutreten und die Welt auch nochmal anders wahrzunehmen, hat mich, glaube ich, befreit. Und das hat die Begegnung mit der Esoterik geschafft? Ich glaube schon, ja. Und gibt es da jetzt... Vielleicht gab es auch noch andere Sachen, aber insgesamt würde ich das so sagen. Gibt es innerhalb der Esoterik ein Teilgebiet, was Sie besonders fasziniert hat? Na, die Astrologie auf jeden Fall. Die Astrologie war von Anfang an das Thema schlechthin, weil ich da spürte, weil ich jederzeit sah, dass es da etwas gibt wie, wie soll ich das nennen, ein bestimmtes Raster, was man eben doch über die Menschen legen kann. Und dann, eine Kommilitonin sagte mal zu mir, weil ich mich ja im Gartenbachstudium auch schon damit beschäftigte, ja, du packst die Leute in zwölf Schubladen. Und für mich sind die Leute entweder doof oder nett. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann hast du nur zwei. Ich habe immerhin zwölf. Und ich gebe den Leuten die Chance, aus ihrer Schublade wieder herauszukommen, weil das ist ein allererster Versuch, die Welt, die mir chaotisch und befremdlich und manchmal verwirrend erscheint, zu ordnen. Nicht unbedingt zu bewerten, aber zu ordnen. Und deswegen muss man gut aufpassen. Es gibt keine Tierkreiszeichen, die ich als schlechter oder als besser empfinde, sondern ich versuche, jedem der zwölf Tierkreiszeichen gerecht zu werden und es in seiner Bedeutung zu erfassen und zu würdigen, aber nicht auf- oder abzuwerten. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, auch was für jeden Astrologielernenden eine große Hürde vielleicht auch zu Anfang darstellt, dass man den eigenen Vorteilen sich nicht ergeben darf, die man da zu Anfang vielleicht hat. Zur Astrologie werden wir ja noch ausführlich sprechen. Die Begegnung mit Detlefsen und der Esoterik allgemein war aber dann schon fokussiert auf die Astrologie. Da gab es dann noch ein zweites, wichtiges, für sie wichtiges Gewicht, was sie auch verändert hat. Na sagen wir mal so, die Esoterik allgemein, die andere Art sozusagen die Welt zu sehen, das war schon ganz wesentlich. Und es gibt ja dieses schöne Buch von Dahlke und Detlefsen, glaube ich, das senkrechte Weltbild. Oder es ist Nikolaus Klein, Nikolaus Klein und Dahlke. Nikolaus Klein und Dahlke sind das senkrechte Weltbild. Da kommt das ja alles zum Tragen. Herr Detlefsen hat seinerzeit ja nicht nur Astrologie-Kurse angeboten, sondern auch reine Esoterik-Kurse, wo wir also über die Bibel gesprochen haben. Da waren Sie auch. Ja, die habe ich auch noch besucht. Wie viele Kurse bei Detlefsen haben Sie besucht? Oh, weiß ich nicht mehr. Mehr als zwei? Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwann hörten die ja dann leider auf, während ich da mittendrin war, sodass ich von den Esoterik-Kursen nicht mehr alle besucht habe. Auf jeden Fall, das wollte ich sagen, spielt die Homöopathie ja auch eine Rolle. Die kommt ja in dem Buch Schicksal als Chance auch zu Wort. Also er versucht ja sozusagen ein Erklärungsmodell abzugeben, was ich sehr, sehr schlüssig fand und überzeugend. Und ja, im Grunde kann man sagen, alle Systeme, die sozusagen aus der Esoterik hervorgehen, haben ihren Charme, ihre Berechtigung. Aber mich hat am allermeisten die Astrologie interessiert, die vielleicht das komplizierteste System von allem ist. Aber schon in der Antike sagte man ja, das sei der Königsweg aller mantischen Systeme und das sehe ich heute auch so. Okay, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und beenden damit auch den ersten Teil dieser Sendung und sind gleich wieder da zum Thema Astrologie und Frau Annegret Becker-Baumann. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt im zweiten Teil in dem Gespräch mit Annegret Becker-Baumann bei mir im Studio. Wir hatten uns unterhalten, Frau Becker-Baumann, über ihre Astrologie-Erfahrungen, zuletzt mit Detlessen. Welche Lehrer hatten Sie in der Astrologie noch, außer Detlessen und Phi-Be-Wiss? Ja, wie gesagt, ich habe Kurse bei Frau Wangemann auch besucht, aber die wesentlichen Lehrer waren tatsächlich Torvald Detlessen und später Nikolaus Klein, der bei ihm ja zunächst gearbeitet hat und sich dann selbstständig gemacht hat, sodass ich beide als meine Lehrer betrachten kann. Und wenn Sie jetzt unterscheiden müssten, wodurch haben sich Nikolaus Klein und Torvald Detlessen unterschieden oder waren die in die gleiche Richtung? Die waren schon im Prinzip, gingen die in die gleiche Richtung, wobei eben Nikolaus Klein tatsächlich der praktizierende Astrologe war. Und Herr Detlessen kannte sich zwar in den Grundtypen sehr gut aus und auch in der Berechnung, aber das Spezialistenwissen hat er eben Nikolaus Klein überlassen. Also die Grundkurse in Astrologie bot Herr Detlessen selber an und für die fortgeschrittenen Kurse hatte er Nikolaus Klein seinerzeit. Und heute macht Herr Klein eine vollständige Ausbildung in Astrologie? Ja, eine eigenständige. Und hat auch Bücher publiziert, soweit ich weiß. Ja, etliche, genau. In welchem Jahr sind wir jetzt in Ihrer Biografie? Also ich glaube, bei Torvald Detlessen habe ich das erste Mal 1986 ein Wochenseminar belegt. Damals musste ich noch mein Sparbuch plündern, weil das war schon ziemlich teuer, das Ganze. Wissen Sie noch, was das gekostet? Ja, ich will es nicht auf den Fettig festlegen, aber ich meine, die Woche Seminar hat 600 D-Mark gekostet und das Hotel dazu 675 oder umgekehrt. Oh ja. Wir waren in Prien am Chiemsee und es war immer alles ziemlich nobel. Und deswegen also mal eben 1300 Euro sozusagen für eine Woche. Oder damals D-Mark. D-Mark, ja natürlich. Entschuldigung. D-Mark auszugeben für eine Woche. Das war für mein kleines spärliches Budget, was ich da hatte, schon ein Riesenaufwand. Aber das hat sich gelohnt. Das habe ich nie bereut. Und wie geht es jetzt weiter? Sie haben also jetzt die Astrologie gelernt, auch ein bisschen praktiziert, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis. Also die Woche, ich hatte ja schon, bevor ich zu Detlefsen fuhr, etliche Kurse besucht und konnte schon so ein bisschen was. Und in der Woche, als ich dann bei ihm nochmal den Grundeinstieg gemacht habe, ist mir klar geworden, Astrologie ist so dermaßen faszinierend, das möchte ich mal als Beruf machen. Also das war im Grunde, habe ich bei Herrn Detlefsen diese Entscheidung getroffen. Da hat mich das so gepackt, das war einfach so überzeugend, was er da sagte. Und auch für meinen kritischen naturwissenschaftlichen Verstand war das einfach gutes Material. Und dann habe ich vom Deutschen Astrologenverband erfahren in der Zeit und bin dann auch relativ bald Mitglied beim Deutschen Astrologenverband geworden. Können Sie da so ein bisschen was sagen? Was ist der Deutsche Astrologenverband? Also der Deutsche Astrologenverband ist quasi ein Interessenorgan der Astrologen, der seriös arbeitenden Astrologen. Der hat sich 1947 nach dem Krieg gegründet. Es gab ja vor dem Krieg auch schon astrologische Vereinigungen, die aber dann später im Dritten Reich alle verboten worden sind. Und nach dem Krieg eben, wie gesagt, 1947 die Gründung des Deutschen Astrologenverbandes. Der hatte viele Jahre wechselnde Ansprechorte, je nachdem, wo der erste Vorsitzende zu Hause war. Aber das hat sich dann irgendwann geändert. Seit gut zehn Jahren ist quasi der Heimatort Heidelberg ein traditionsreicher Ort, wie ich finde. Passt sehr gut zur Astrologie. Und da gibt es eine Geschäftsstelle? Da gibt es eine Geschäftsstelle, die von der Frau Dominik Tomaschewski besetzt wird. Und der Vorsitzende, der im Moment Dr. Christoph Schubert Weller ist, ist dann regelmäßig in der Geschäftsstelle, beziehungsweise der Vorstand trifft sich dann dort und so weiter. Es gibt auch eine Bibliothek in Heidelberg, die man sowohl quasi als, wie sagt man, der Präsenzbibliothek nutzen kann, man kann aber auch Bücher leihen und so weiter. Also der DAV versteht sich quasi als das Sprachrohr der deutschen seriösen Astrologen, macht Öffentlichkeitsarbeit, macht Aufklärungsarbeit, unterstützt Astrologen in ihren Fragen und Anliegen, bietet jedes Jahr eine große Tagung an, auf der sich quasi die deutsche und auch zum Teil internationale Astrologenszene trifft und sich austauscht. Also immer Ende September, Anfang Oktober in Bonn. Sehr schöner Tagungsort, den wir dort haben. Also da fahre ich dann auch jedes Jahr hin. Also der DAV ist quasi der wichtigste Interessenverband für die deutschen Astrologen aus meiner Sicht. Demnach gibt es noch andere. Wissen Sie da was drüber? Ja, aber da weiß ich nichts drüber. Nein. Und ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute mal im Internet recherchiert. Der DAV hat ja auch eine große Homepage. Und da ist mir aufgefallen, man kann sich da informieren über sogenannte örtliche Experten. Was muss man sich da darunter vorstellen? Der Deutsche Astrologenverband bietet unter anderem eine Verbandsprüfung an. Das heißt, wenn jemand glaubt, er oder sie ist als Astrologin gut geeignet, dann kann man sich für diese Verbandsprüfung bewerben und kann in mehreren Schritten eine Prüfung ablegen mit schriftlicher Hausarbeit und Kolloquium und allen möglichen Teilen, um dann, wenn man ein Gelöbnis abgelegt hat, sich geprüfte Astrologinnen, geprüfte Astrologe des DAV nennen zu können. Und diese Leute, die quasi die Prüfung abgelegt haben und das Gelöbnis, die werden quasi dann auch beworben vom DAV. Also man kann quasi als Interessent sich eine Liste anfordern von allen geprüften Astrologinnen in Deutschland. Das ist quasi ein Versuch, quasi auch Kunden zu informieren, also sprich kundenfreundlich und transparent zu agieren, einfach die Spreu vom Walzen zu trennen. Denn das Problem ist ja, dass der Beruf des Astrologen kein geschützter Beruf ist. Das heißt, jeder, der Lust hat, kann sich Astrologe nennen. Und darum gibt es eben auch ein paar schwarze Schafe in der Szene. Es gibt Leute, die das Thema gar nicht wirklich gut können und sich trotzdem anbieten und so weiter. Und damit man da nicht an irgendeinen Scharlatan gerät oder irgendeinen Luftdikurs oder jemand, der gar nicht richtig das kann, was er eigentlich können sollte, dafür gibt es eben die Möglichkeit, sich über diese Verbandsprüfung da auch zu distanzieren von den Themen. Und die haben Sie abgelegt und bestanden? Genau, die habe ich 1993 schon abgelegt und bestanden. Und seitdem nenne ich mich eben auch geprüfte Astrologin der DAV, habe einen Prüfstempel Nummer 211, auf den ich ganz stolz bin. Ah ja, und dann haben Sie wann Ihre gewissermaßen hauptamtliche Tätigkeit aufgenommen? Als Astrologin, als beratende Astrologin? Ja, ich glaube, das war 1996. Da habe ich mich quasi vor dem Finanzamt als, wie sagt man denn, als Selbstständige quasi angemeldet. Ja, und habe dann seinerzeit noch von zu Hause aus quasi gearbeitet. Hatte ein Arbeitszimmer, ein Beratungszimmer und habe quasi Beruf und Hausfrauen-Dasein und Kinder aufziehen miteinander versucht zu verbinden. Da war es quasi eine Nebentätigkeit. Und 2004 habe ich dann Räume gemietet in der Innenstadt von Hannover, in der List, in der Nähe des Listerplatzes. Wo genau? In der Rümkopfstraße Nummer 5. Ah ja, da ist doch, glaube ich, der Bridge-Club im Obergeschoss. Ja, ganz genau. Und da sind Sie unten? Im gleichen Haus bin ich, wo der Bridge-Club sein Domizil hat. Die sitzen oben, ich sitze unten im Sutterer. Und da bin ich jetzt seit 2004. Aber Sie haben noch keinen Bridge-Spieler beraten? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Was machen Sie, wenn Sie beraten? Also jemand interessiert sich für ein Horoskop und ruft mich an. Das ist der übliche Weg. Oder schickt mir eine E-Mail. Und dann erkläre ich, erläutere ich die Vorgehensweise. Nämlich, dass wenn man sich für eine Beratung entscheidet, dass ich dann im Vorfeld Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsuhrzeit benötige. Die Uhrzeit ist übrigens beim Standesamt in Deutschland erfahrbar. Seit 100 Jahren ist es Pflicht, die Geburtsuhrzeit aufzuschreiben, sodass alle Menschen, die in Deutschland geboren sind, eigentlich keine Probleme haben sollten, ihre Uhrzeit zu erfahren. Und dann verabreden wir einen Termin, wann die zu mir kommen. Normalerweise kommen die Menschen zu mir. Ich würde nur in Ausnahmefällen zu jemandem nach Hause fahren, wenn jemand schwer krank ist. Machen Sie da einen Extrapreis, wenn man sich den Aufwand treiben muss, dass Sie rausfahren? Also einen Zuschlag für die Fahrt wie beim Notarzt? Sagen wir mal so, einen kleinen Fahrtkostenzuschuss nehme ich dann schon. Aber wenn das innerhalb von Hannover ist, ist das auch moderat. Das sind dann 10 oder 20 Euro. Aber das habe ich bislang wirklich nur in sehr wenigen Fällen getan, wenn Leute, wie gesagt, aus irgendwelchen Gründen nicht zu mir kommen können. Und dann kommen die aber immer allgemein zu mir. Und das Gespräch wird immer auf CD aufgenommen. Oder wenn jemand das ausdrücklich wünscht, auch noch auf Kassette. Sodass man das sich später zu Hause in Ruhe anhören kann. Das empfinden die allermeisten Klienten als sehr unterstützend, weil sie in dem Gespräch ja doch entweder ein bisschen nervös sind oder auf ein spezielles Thema sich konzentrieren und gar nicht so richtig wahrnehmen, was sonst noch alles gesagt worden ist. Und später in Ruhe, wenn man sich das vielleicht auch mit der Freundin oder dem Ehepartner anhört, dann hört man doch ganz andere Facetten, die einem vielleicht eine ganz wichtige Hilfe oder Unterstützung sein können oder AHA-Erlebnisse bescheren. Und darum ist das eine sehr schöne Möglichkeit über CD, einfach wirklich diese Beratung auch voll auszukosten, will ich mal sagen. Und wenn Sie von Klienten sprechen, meinen Sie wahrscheinlich mehr Klientinnen als Klienten? Wie ist da der Prozentsatz? Ja, ich fürchte da, oder was heißt ich fürchte? Ich glaube, da ist noch viel Potenzial zu entwickeln. Von zehn Klienten sind neun Damen. Also können wir besser von Klientinnen sprechen. Ja, müsste man fairerweise. Und was treibt die Menschen in Ihre Praxis? Warum kommen die Menschen zu Ihnen? Also es gibt im Grunde die klassischen Themen, Liebe, Partnerschaft auf der einen Seite, Beruf auf der anderen Seite. Finanzen manchmal, ja, wird immer schon auch mal gefragt. Gesundheit kann auch ein Thema sein. Aber im Grunde sind es die klassischen Themen. Aber darüber hinaus kommen Menschen auch, weil sie tatsächlich sich mit Astrologie beschäftigen oder mit Esoterik und sagen, das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Und wer bin ich eigentlich im kosmischen Sinne? Wie bin ich gemeint, würde man aus christlicher Sicht vielleicht fragen. Was ist sozusagen eigentlich mein Auftrag auf dieser Welt? Welches Potenzial bringe ich denn überhaupt mit? Habe ich alle meine Ressourcen, meine Potenziale voll ausgeschöpft? Gibt es da noch Dinge zu entdecken, wenn ich mich vielleicht in einer Sackgasse gerade fühle? Oder das Gefühl habe, ich stehe an einer Kreuzung des Lebens und ich muss vielleicht eine wichtige Entscheidung treffen? Oder, oder, oder. Es gibt alle möglichen Gründe. Und die nobelsten sind sicherlich zu sagen, ich möchte mich einfach besser kennenlernen. Und wenn Sie jetzt schätzen müssten, wie viele Menschen wollen sich selber kennenlernen, statt zu wissen, wann sie reich werden, wie groß ist da der Prozentsatz? Also ich glaube, von denen, die zu mir kommen, ist der Prozentsatz derer, wo das Thema Selbsterkenntnis eine große Rolle spielt, doch relativ hoch. Klar haben wir immer alle so eine kleine Schwachstelle und denken, wenn die Sterne uns das doch verraten und kommt der Traummann vielleicht doch in diesem Jahr und kommt da überhaupt. Das sind natürlich schon so Verlockungen, aber man muss auch gut aufpassen zu sagen, was kann ein Horoskop leisten, was kann es nicht, wo ist die berühmte Aussagegrenze? Ein ganz wichtiger Begriff in der seriösen Astrologie. Wir machen keine konkreten Prognosen, das ist ganz, ganz wichtig. Wir können aus dem Horoskop Themen erkennen, wir können Richtungen erkennen, aber da wird davon ausgehen, dass der Mensch frei ist und eben nicht nur am Fädchen aufgehängt ist. Gibt es so etwas wie Entscheidungsfreiheit und das hängt ein bisschen davon ab, vom Niveau desjenigen, der zu mir kommt, vom Bewusstseinszustand, wo steht jemand innerlich, wie weit empfindet er sich als selbst agierend und kreativ seind oder wie weit empfindet er sich als den Mächten des Schicksals ausgeliefert? Das hängt vom Menschen ab. Wir haben mal ganz konkret, Sie haben also am Telefon den Termin bestätigt, Sie haben sich die Uhrzeit geben lassen, das Datum und den Ort, jetzt kommt der oder die Klientin zu Ihnen in die Praxis im Souterrain, schön eingerichtet, nehme ich an. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich habe da einen sehr netten Raum und die Leute setzen sich zu mir und ich gebe Ihnen das Horoskop als Grafik in die Hand. Sie kriegen also ein Blatt Papier, da steht was drauf. Was ist auf diesem Papier zu sehen? Da ist das Horoskop als Bild abgebildet und dann gibt es noch ein kleines Erläuterungsblatt, ein allgemeines, und das ist es aber im Prinzip. Und alles andere erläutere ich im persönlichen Gespräch. Das dann auf der CD aufgezeichnet wird. Ganz genau. Und die Leute können natürlich jederzeit nachfragen und einhaken und mir Geschichten erzählen. Also es entspinnt sich ein Gespräch, bei dem ich meistens den Anfang mache. Und dann haben mir ja die Klienten vielleicht im Vorfeld schon gesagt, der Schwerpunkt soll sein, berufliche Entscheidungen vielleicht, weil jemand sich überlegt, ob er die Stadt verlässt. Wenn Sie berufliche Entscheidungsfragen mit der Klientin besprechen, gibt es da bestimmte Horoskopfaktoren, die dann bevorzugt bearbeitet werden? Ja, genau. Welche sind das? Ja, wir schauen natürlich über die Häuserebene. Was sind Häuser? Ja, das wäre jetzt schon fast das Thema für einen kleinen Intensivkurs in Astrologie. Also wenn ich ein Horoskop erstelle und die Uhrzeit berücksichtige, dann kann ich den Aszendenten ermitteln. Das ist ein Begriff, den vielleicht viele Hörer schon mal gehört haben. Der Aszendent, das aufsteigende Zeichen auf Deutsch, ist sozusagen dasjenige der zwölf Tierkreiszeichen, das am Ort der Geburt, zum Zeitpunkt der Geburt, gerade im Osten aufging. Das ist die Definition des Aszendenten. Da steckt das Aszendere, das Aufsteigen mit drin. Und wir sagen, dieser Aszendent hat eine ganz besondere Bedeutung, um quasi die Anliegen und Anlagen des Menschen zu beschreiben, das, was eben sozusagen motiviert, überhaupt ins Leben zu gehen. Denn wenn ich aber den Aszendenten anspreche, muss ich im Grunde auch die zweite Hauptachse im Horoskop ansprechen. Und die schneidet über das MC, Medium Zöli, die Himmelsmitte, so dass man sagen kann, es gibt zwei, oder genau genommen sind es vier rechnerische Punkte im Horoskop, die sich aus dem Aszendenten und dem MC ergeben. Aszendent, Deszendent ergibt eine Linie, nämlich die Horizontlinie. Und MCIC ergibt dann quasi die vertikale Linie. Und dadurch entsteht so etwas wie ein Kreuz im Horoskop. Und so wie wir auch sagen im Volksmund, jeder hat sein Kreuz zu tragen, kann man sagen, das Horoskop ist ein wunderbares Symbol für dieses konkrete Kreuz, was jeder Einzelne für sich individuell tragen muss. Und deswegen kann ich über Aszendent und Medium Zöli, die Himmelsmitte, beschreiben, was sind die konkreten Anliegen dieses Menschen, was wird diesem konkreten Menschen zum Schicksal? Wenn wir jetzt mal so tun, als ob unsere Hörer sich in Astrologie so im Grundsätzlichen auskennen, welche Häuser, welche Planeten und welche Tierkreiszeichen sind jetzt für die Berufsberatung sehr zentral? Also grundsätzlich würde ich sagen, das MC ist immer wichtig. Das ist der erste Punkt, weil wir sagen, das ist der Beginn des zehnten Hauses und das zehnte Haus steht für Beruf und Berufung. Also frage ich natürlich, was sollte dieser Mensch machen, um sich wirklich optimal zu verwirklichen? Aber wenn ich bei der Selbstverwirklichung bin, bin ich bei dem Symbol der Sonne. Das heißt also, das Tierkreiszeichen, unter dem ein Mensch geboren ist, sagt mir auch eine Menge darüber aus, wie jemand in seinem Beruf sich zeigen möchte, welche Qualitäten er mitbekommen. Und der Ascendent ist immer mit zu berücksichtigen, weil der Ascendent ist Dreh- und Angelpunkt all unserer Stärken und Schwächen. Und wenn jemand in einer Krise ist oder in einer schwierigen Phase oder in einer Umbruchssituation, immer ist es wichtig, den Blick auf Ascendent und MC zu lenken. Das ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt, um ein Verständnis von den Menschen zu bekommen. Gibt es noch einen weiteren zentralen Faktor? Naja, es gibt mehrere. Wir würden das nächste Haus angucken. Wenn Sie jetzt ein bisschen anschauen, Sie haben jetzt gesagt, Berufung, Sonne, Ascendent, gibt es noch einen ganz wichtigen Faktor, den Sie noch nicht genannt haben? Natürlich, Sie schritten sich ja aus, Herr Schandl, wie ich merke. Sonst würden Sie da nicht so insistieren. Es ist natürlich der Mond, weil Sonne und Mond sind im engeren Sinne keine Planeten. Wir nennen sie der Einfachheit halber so, aber es sind die sogenannten Lichter. Die Sonne als Symbol unserer zentralen Bedürf... nicht Bedürftigkeit, unserer zentralen Wesentlichkeit. Das, was ich quasi als Persönlichkeit ausstrahlen möchte und der Mond-Symbol dessen, was ich brauche, damit es mir gut geht, meiner kindlichen Bedürfnisse, meiner mütterlichen Pflegewünsche und so weiter. Also so wie Sonne und Mond Tag und Nacht regieren, symbolisieren Sonne und Mond im Horoskop eines Menschen erstens das, was er ausstrahlen möchte und das, wie er regeneriert, um wieder seine Ausstrahlungskräfte zu bekommen. Und dann gibt es noch viele andere Faktoren im Horoskop, die dann in Relation noch weiter berücksichtigt werden. Ja, es gibt quasi die Planeten unseres Sonnensystems. Es gibt Merkur für die Intelligenz und für die Art, wie wir denken. Es gibt die Venus als Symbol unserer Genussfreude und der Sehnsucht nach Entspannung und nach Liebe und nach Berührung und nach Sinnlichkeit. Es gibt Mars, die Kraft in uns, die Tatkraft, die Impulsivität, die der Oberer. Es gibt Jupiter, das Symbol dessen, was für uns das Leben sinnvoll und reich und schön und üppig macht. Es gibt Saturn, das Symbol unserer inneren Disziplin, unserer Strenge, unseres Gewissens, könnte man auch sagen. Und dann gibt es die sogenannten langsam laufenden Planeten Uranus, Neptun und Pluto, die so etwas sind wie Kollektivkräfte oder Symbole der Kollektivkräfte und der Generationsthemen des Menschen. Bevor wir den zweiten Teil abschließen, noch kurz die Frage, wie viel Zeit brauchen Sie, um sich auf eine solche Sitzung vorzubereiten? Das ist unterschiedlich. Es hängt ein bisschen ab vom Horoskop natürlich auch oder von den Fragen, die jemand mitbringt, von dem Auftrag, den ich konkret bekomme. Aber ich würde mal sagen, zwischen ein und zwei Stunden bereite ich mich vor. Dann findet das Gespräch statt. Das dauert wie lange? Auch knapp anderthalb Stunden. Also mit Vor- und mit Begrüßung und Verabschiedung kann man auch zwei Stunden rechnen. Also ein halber Tag geht sozusagen, würde man rein rechnerisch dafür ansetzen. Und wenn Sie jetzt so eine Art Selbsterkenntnisberatung machen, wie wir sie vorhin angesprochen haben, und die Klientin kommt zum ersten Mal, wie teuer ist so eine Beratung? Die Erstberatung kostet derzeit immer noch 150 Euro. Dieser Preis hat sich in den letzten zehn Jahren nicht verändert. Das ist einfach so. Ich zögere immer noch, meine Preise zu erhöhen. Angesichts der wirtschaftlichen Situation ist das ja auch nicht so ganz einfach. Aber 150 Euro ist halt seit Tradition. Das entspricht der vielen freien Berufen in dem Sektor. Psychologen nehmen ja auch ähnliche Preise. Oder sogar noch mehr. Genau, die nehmen eher noch mehr, weil eine therapeutische Stunde von 45 Minuten kann auch locker 100 Euro kosten. Also zweimal 45 Minuten wären dann 200 Euro. Also ich bin da schon noch im unteren Mittelfeld, würde ich mal sagen. Dann würden wir jetzt erst mal den zweiten Teil abschließen und sind gleich wieder da mit dem dritten Teil. Herzlichen Dank. Bitte schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt im dritten Teil des Gesprächs mit Annegret Becker-Bommern. Wir hatten ja gerade besprochen, wenn die Klientin, der Klient zum ersten Mal in ihre Praxis kommt. Wie geht es denn eigentlich weiter, wenn der Klient jetzt Gefallen an dieser Beratung gefunden hat? Was für Angebote können Sie ihm denn zusätzlich machen zu seiner ersten Selbsterkenntnis-Potenzial-Analyse? Also grundsätzlich gilt, wann immer jemand das Bedürfnis hat, über das eigene Horoskop zu sprechen oder über sich selbst nachzudenken, ist eine Sitzung sinnvoll. Es gibt viele Klienten, die kommen einfach einmal im Jahr, weil sie das aktuelle Jahreshoroskop mit mir besprechen wollen. Ja, eine Trendshow, könnte man sagen, für das kommende Jahr. Entweder von Januar bis Dezember über die Transite oder von Geburtstag zu Geburtstag über das sogenannte Solar. Jetzt müssen Sie uns erklären, was das ist. Ein Solar ist ein Horoskop, was man erstellt für den Moment, wo die Sonne wieder am gleichen Ausgangspunkt angekommen ist wie bei der Geburt des Menschen. Wir haben ja die Grundidee, dass die Sonne Symbol unserer Persönlichkeit ist und unseres Wesentlichen, unseres Zentrums. Und das heißt, Jahr für Jahr können wir etwas Neues lernen, können unsere Persönlichkeit ausweiten, können neue Dinge in unser Leben integrieren, werden also sozusagen, während wir Leben und Erfahrung machen, runder, vollkommener, ganzer, heiler, wie man es auch nennen will und zu gucken, welches sind in diesem Jahr die besonderen Themen und Möglichkeiten, um mich zu vervollkommenen, um meine Persönlichkeit abzurunden, um bestimmte Probleme zu lösen, um das, was an Potenzial da ist, voranzubringen und zu entwickeln. Das alles kann ich aus dem Jahreshoroskop, dem sogenannten Solar, eben entnehmen und darum wird eben gerne diese sehr alte Technik angewendet, um das Potenzial eines Jahres zu besprechen und den Leuten dann eben entsprechend auch Empfehlungen zu geben, wenn jemand zum Beispiel seit Jahren überlegt, ob man nochmal eine neue Berufsausbildung anfängt oder eine bestimmte Zusatzqualifikation erwerben will oder doch vielleicht lieber nicht, dann kann man gucken, ob ein Jahr diese Themen aufgreift, ob das in diesem Jahr besonders stark angesprochen ist oder Umzüge oder Veränderungen, welche Art auch immer. Also wir können aus dem Horoskop die Richtung sehen, in die es gehen kann. Und die Transite im Vergleich dazu? Die Transite sind quasi immer so etwas wie die konkreten Auslösungen. Die Transite sind leicht zu beobachten und zeigen sozusagen eher die offensichtlichen Dinge, die dran sind. Das Solar zeigt mehr so die Verborgenen, die im Hintergrund eine Wirkung haben oder eine Rolle spielen. Also das, was ich habe erlebt, dass Klienten, die relativ sensitiv sind, was ihre eigene Persönlichkeit betrifft, dass sie schon förmlich spüren, welcher Solar-Ascendent in diesem Jahr eine Rolle spielen könnte für sie. Weil sie spüren, etwas verändert sich gerade und wenn im letzten Jahr noch vielleicht das Thema Partnerschaft eine große Rolle spielte, dann rückt es auch jetzt auf einmal in den Hintergrund seltsamerweise und ganz andere Themen werden relevant, vielleicht was Neues lernen, eine neue Qualifikation erwerben, wie auch immer. Und das kann man dann im Jahreshoroskop über das Solar ganz gut beschreiben und beobachten. Habe ich das richtig verstanden? Das Solar-Horoskop ist so eine Art statisches Horoskop. Das wird auf den Wiederholungszeitpunkt der Position der Sonne gerechnet, aber das nimmt man dann für das ganze Jahr. Genau, das zeigt quasi, es ist quasi wie ein kleines Geburtshoroskop für ein Jahr. Die Transite scheinen irgendwie unruhiger zu sein. Was sind denn das Transit-Horoskop im Verhältnis zum Solar-Horoskop? Die Transite zeigen ja die Planeten, wie sie konkret am Himmel sichtbar sind und wandeln. Jeden Tag wandeln? Genau. Also unruhiger als ein Solar-Horoskop? Unruhiger würde ich dabei nicht sagen, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dadurch, dass ich ein Solar-Horoskop mache, rücken die wandelnden Planeten in ein bestimmtes Verhältnis zum Geburtshoroskop. Sie stehen vielleicht am Ascendent des Solars oder am MC des Solars und kriegen darüber eine andere, speziellere Bedeutung, als sie nur hätten in Bezug auf das Geburtshoroskop. Und die Transitplaneten, also die Planeten echt oben am Himmel, die laufen gewissermaßen über unser Geburtshoroskop täglich in einer wandelnden Art. Ja, kann man so sagen. Jeder in seinem eigenen Rhythmus. Die Sonne braucht hier etwa ein Jahr, um einmal durch den gesamten Tierkreis zu wandern. Der Mond braucht ca. 29 Tage, um einmal durch den gesamten Tierkreis zu wandern. Jupiter braucht ca. 12 Jahre. Jeder Planet, jedes Prinzip hat seine eigene Geschwindigkeit, seinen eigenen Rhythmus und Zyklus. Und läuft praktisch über mein Geburtshoroskop praktisch über jede Horoskopstellung hinweg in diesen Zeiten. Ganz genau. Und das ist so ein bisschen wie ein, weiß ich nicht, wie ein Kaleidoskop oder so, wo etwas immer in Bewegung ist und die Dinge nie gleich sind. Man kann wirklich sagen, also der alte Satz von Hieraklit, alles fließt, er hat total seine Berechtigung, den kann man sehr schön daran erkennen, wenn man die Bewegung am Himmel beobachtet. Nichts bleibt stehen, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, es wandert nur alles in der eigenen Geschwindigkeit. Saturn zum Beispiel, der Herr der Reife, wie wir gesagen, oder der Herr der Zeit, wie die Alten sagten, braucht ca. 28, 29 Jahre, um einmal durch den Tierkreis zu wandern. Das heißt, die vier Ecken des Horoskops werden alle sieben Jahre von ihm aktiviert, wie wir sagen. Das heißt also, wir spüren so etwas wie einen Siebener-Rhythmus, auch wenn wir dem saturnischen Thema folgen. Und Uranus, der Planet, der 84 Jahre braucht, um einmal durch den Tierkreis zu wandern, bleibt natürlich entsprechend in etwa sieben Jahre in jedem Tierkreiszeichen. Auch hier ist wieder der siebener-Rhythmus. Der soll doch gerade was mit diesem Erdbeben zu tun gehabt haben, der Uranus. Was war denn da los? Also Uranus hat von 2003 bis 2010 das Tierkreiszeichen Fische durchwandert. Er ist übrigens in das Tierkreiszeichen Fische in der Woche eingetreten in das Zeichen, als der Irakkrieg seinerzeit ausbrach. 2003 und ist jetzt quasi am 13. März, hat er endgültig das Zeichen Fische verlassen und ist in den Wilder eingetreten und zwar wirklich in der Nacht nach dem Erdbeben in Japan. Quasi in der Nacht, wo dann das Atomkraftwerk, ja wie soll ich sagen, explodiert ist. Also sprich, der Name Uranus enthält ja das Wort Uran. Da kann man schon sagen, okay, da steckt auch diese sehr exklusive und nicht immer kontrollierbare Energieform drin. Und Uranus ist für uns das Prinzip der plötzlichen Erneuerung, der radikalen Veränderung, der Unberechenbarkeit auch. Es gibt ja immer viele Möglichkeiten, astrologische Symbole zu interpretieren. Man muss ja wirklich sagen, Astrologie ist eine Symbolsprache. Wir arbeiten mit relativ wenigen Symbolen, um das gesamte komplexe Leben zu beschreiben. Das ist ja schon eine hohe Kunst, es dann auch auf dem jeweiligen Niveau zu deuten oder auf der Ebene, wo es gerade gefragt wird. Das heißt, es gibt eine persönliche Ebene im persönlichen menschlichen Horoskop und da hat Uranus quasi die Bedeutung der Individualität oder auch der Individuation, wie es C.G. Jung nannte. Das heißt, in jedem menschlichen Horoskop steht Uranus für die Art und Weise, wie wir ein unverwechselbares Individuum werden wollen. Wenn wir Uranus aber in einem globaleren Zusammenhang angucken, in der sogenannten mundanen Astrologie, also sprich über Gesellschaften, Völker, über weltpolitische Ereignisse nachdenken, dann hat Uranus eine andere Bedeutung und da hat er eben die Bedeutung der radikalen Erneuerung und systematisch, ne, systematisch nicht, der plötzlichen Veränderung. Und ich habe, ich mache ja eine kleine Prognose für eine Zeitschrift hier in Hannover, die besten, und da habe ich seinerzeit geschrieben, das war genau die Tage, bevor das passierte in Japan, dass ja dadurch, dass Uranus jetzt in das neue Zeichen wechselt, wir einfach gespannt sein dürfen auf viele innovative Prozesse. Und ich meine, letztlich beschert uns Uranus tatsächlich viele innovative Prozesse. Wir wenden uns radikal von der bisherigen Energiepolitik ab. zurück zu Ihrer Praxis. Sie machen also Folgeberatungen für Klientinnen, die schon mal da waren, um die Jahrestendenzen herauszubekommen. Was gibt es bei Ihnen noch Schönes, was man sich gewissermaßen einkaufen könnte? Man kann natürlich ein Partnerhoroskop erstellen lassen, indem man die Horoskope von zwei Menschen miteinander vergleicht, sei es nun Liebesbeziehungen, Ehen oder auch Geschwisterbeziehungen, Geschäftsbeziehungen, Beziehungen zu Kindern, also alle möglichen Beziehungen, Verhältnisse kann man miteinander vergleichen auf astrologischer Basis. Das ist manchmal sehr hilfreich, um zu verstehen, welche Dynamik in einer Beziehung stattfindet und wo vielleicht auch eine zerstörerische Dynamik vielleicht gebremst werden könnte oder verändert werden könnte, indem man einfach versteht, was da passiert und wo man den Hebel ansetzen kann. Ich habe mich da auch vor unserem Gespräch im Internet ein bisschen schlau gemacht. Für die Fachleute unter unseren Hörerinnen und Hörern gibt es ja bei diesen Beziehungsanalysen, Partnerschaftsanalysen anscheinend zwei Haupttechniken, drei Haupttechniken. Synastrie, Kombin und Komposit. Ich will das jetzt nicht mit Ihnen diskutieren, was das alles ist. Da sollen die Leute dann sich selber schlau machen, die hier am Radio zuhören. Welche Techniken verwenden Sie nur als Stichwort? Also ich arbeite am allerliebsten und fast ausschließlich mit der Synastrie, weil ich das sehr überzeugend finde zu sagen, die beiden Persönlichkeiten bleiben ja die, die sie sind. Aber in dem Moment, wo ich die beiden Horoskope übereinander lege sozusagen oder miteinander in Verbindung bringe, sie eben nicht verschmelze, sondern nur schaue, was macht was mit wem, kann kann ich quasi so etwas wie Katalysatorfunktionen beschreiben, kann ich sehen, wo wir aufeinander einwirken, wo wir uns vielleicht gegenseitig unterstützen, wo wir uns vielleicht auch im Wege stehen können oder uns hemmen. Und das habe ich das Gefühl, wird beiden am ehesten gerecht. Und muss man sich das so vorstellen, dass dann beide bei Ihnen in der Praxis sitzen oder kommt dann meistens nur die Ehefrau und will dann was über ihre Beziehung wissen? Ja, Herr Schendel, leider ist es so, dass die meisten Männer dann doch die Flucht ergreifen. Ah ja. Es ist allerdings so, dass ich keine Horoskope erstelle über Menschen, die das nicht wollen oder die da nicht zustimmen. Das ist also schon eine Grundvoraussetzung. Ich mache keine Partnerschaftsanalysen, wenn einer der Partner das ablehnt oder sich verweigert oder so. Glauben Sie dann der Ehefrau, dass der Mann einverstanden ist oder lassen Sie sich das bestätigen? Ich glaube das. Sie glauben das. Aber ich sage das ausdrücklich. Ich habe in den Anfängen mir das auch bestätigen lassen, habe das dann aber irgendwann als doch sehr bürokratisch empfunden und habe gesagt, also es ist ja jetzt doch schon eine Frage des ehrlichen Umgangs miteinander und wenn ich jemandem sage, ich möchte über niemanden sprechen, der damit nicht einverstanden ist und das nicht weiß und der Partner sagt, nein, das ist okay, er weiß das und er gibt mir auch die Einwilligung, dann gehe ich nicht davon aus, dass da jetzt Betrug stattfindet. Okay. Haben wir damit Ihre Angebotspalette erschöpft oder haben Sie noch andere Angebote im Köcher, was man bei Ihnen buchen kann gewissermaßen, um astrologische Dienstleistungen nachzufragen? Ich habe irgendwo bei Ihnen auch gelesen, dass Sie so etwas Merkwürdiges wie Stundenastrologie machen. Was ist das denn? Ja, das ist die sogenannte Frageastrologie. Das ist eine ganz alte astrologische Technik, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, scheint mir in den letzten Jahren, jedenfalls in der sogenannten psychologischen Astrologie hat sie wenig Verbreitung gefunden. Wir können ja sagen, in der astrologischen Szene gibt es zwei große Hauptrichtungen, die psychologische Astrologie und die klassische Astrologie. Und manche Leute, die eben sich über die psychologische Astrologie definieren, gehen dann so weit, dass sie Prognose komplett ablehnen, dass sie wirklich alles astrologische auf psychologische Elemente, möchte ich fast sagen, reduzieren. So weit gehe ich nicht. Ich finde, dass die klassische Astrologie auch mehr ist als nur psychologische Astrologie. Es gab diesen berühmten Astrologen Thomas Ring, der quasi die astrologische Astrologie um den Faktor oder um die Erkenntnisse der psychologischen Astrologie ergänzt hat. Und so könnte man sagen, wenn ich mich denn definieren muss, ich bin eine Astrologin, die nach klassisch revidierter Manier arbeitet, nach Thomas Ring. Das ist der Lehrer von Karl Friedrich von Weizsäcker. Ja, ganz genau. Da haben wir ja noch eine andere Sendung in unserer Mediathek zu Karl Friedrich von Weizsäcker, der bei Ring die Astrologie gelernt hat. Ja, genau. Und der sich sehr, auch in einem Gespräch mit ihm gibt es eine, es gibt ein Hördokument oder eine Videokassette, die ich mal vor langer Zeit gesehen habe, wo Karl Friedrich von Weizsäcker im Gespräch mit Thomas Ring ist. Oh, ah ja, sehr schön. Gibt es, glaube ich, auch bei uns in der DRV-Bibliothek auszuleihen. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Dass Sie der revidierten Klassik angehören, in der psychologischen Astrologie. Ja, und das ist eben, dass ich natürlich die Erkenntnisse aus der Psychologie spannend finde und hilfreich und auch sehr integriere in meine Arbeit. Und da gibt es Astrologen wie zum Beispiel Liz Green oder andere, die da sehr schöne Bücher zugeschrieben haben. Das ist alles toll und hilfreich. Aber es ist eben nicht alles. Und Astrologie ist ja, sagen wir mal, das System, was den Himmel mit einschließt. Also nicht umsonst nutzen wir die Konstellation der Planeten, also des Sonnensystems. Und deswegen glaube ich, dass Astrologie eben mehr ist als nur Psychologie. Und wenn jetzt jemand stundenastrologisch bei Ihnen Klient, Klientin sein möchte, wie funktioniert die Stundenastrologie? Die geht davon aus, dass, die geht im Grunde von dem Grundgedanken der Astrologie aus. Insofern ist es erstaunlich, dass sie so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Denn der Grundgedanke der Astrologie sagt ja, es gibt eine Qualität der Zeit. Das ist ja der Gedanke. Wir sagen, es gibt eine bestimmte Konstellation. Jeden Moment am Himmel wechselt die, aber immer gibt es eine bestimmte Konstellation am Himmel. Und auf der Erde gibt es eine bestimmte Analogie dazu. Und je nachdem, wo ich gerade stehe und welche Frage ich stelle, liegt sozusagen die Antwort im Himmel bereit, könnte man sagen. Das klingt so nach C.G. Jung als synchronizitäres Phänomen. Naja, das ist es ja letztlich. Also der Grundgedanke der Astrologie, den die alten esoterischen Menschen immer gesagt haben, heißt ja, wie oben so unten oder wie der christliche Mensch im Vaterunser betet, wie im Himmel so auf Aber nicht aus Kausalbeziehung. Nicht aus Kausalbeziehung. Und deshalb hat ja C.G. Jung dann quasi den Begriff der Synchronicität gewählt, um zu sagen, da finden zwei verschiedene Dinge gleichzeitig statt, sind aber eben nicht kausal miteinander verbunden, sondern durch eine Art von Koinzidenz, von Korrelation, die wir nicht genau verstehen, die wir aber als Phänomen beschreiben können. Und das Dahinterliegende wissen wir nicht. Und solange wir es nicht wissen, können wir, wenn wir mögen, es Gott nennen. Und wenn wir nicht an Gott glauben, nennen wir es anders. Aber auf jeden Fall gibt es eben die beobachtbare Erscheinung, dass es eine Konstellation am Himmel gibt und ein entsprechendes Ereignis, was wir in Korrelation in Beziehung setzen können. Und das ist der Grundgedanke eben bei der Stundenastrologie. Jemand sagt, was weiß ich, ganz simples Beispiel, um Gottes Willen, mein wertvoller Ring ist weg. Kriege ich meinen Ring wieder? Weiß vielleicht noch nicht mal, habe ich ihn verloren, habe ich ihn verlegt, hat man ihn mir gestohlen? Der Ring ist weg. Und ist voller Verzweiflung, ruft die Astrologin an und sagt, bekomme ich meinen Ring wieder? Und die Astrologin notiert sich diesen Moment, wo sie die Frage hört, guckt, welche Konstellationen sind jetzt am Himmel, berücksichtigt gar nicht mal unbedingt das Geburtshoroskop des jenigen, der fragt, sondern versucht aus der aktuellen Konstellation zum Zeitpunkt der Frage die Antwort zu finden. Was würde sowas kosten? Bekomme ich meinen Ring wieder? Oder wo ist mein Ring? Könnte man wahrscheinlich auch fragen. Ja, das ist schon komplizierter unter Umständen, aber ja, je nachdem, was es eben ist. Also die Frageastrologie kostet bei mir zur Zeit 60, 70 Euro, je nachdem. Für eine Frage. Für eine Frage. Der Klient, den ich ja meistens nicht kenne, weil, oder inzwischen kenne ich sie dann doch, aber theoretisch könnte mich ja jemand anrufen, der mich noch nie gesehen hat, mit dem bespreche ich das Problem, notiere den Zeitpunkt, ich erarbeite eine Antwort. Die genaue Uhrzeit. Genau, die genaue Uhrzeit. Auf die Minute, genau. Ja, zu dem mich derjenige angerufen hat. Also es geht darum, dass man mit Ihnen telefonisch oder persönlich Kontakt hat und wenn die Frage ausgesprochen wird, wird auf diesen Moment das Stundenhoroskop, wo ich sie höre, wo sie als beratende Astrologin die Frage verstehen und hören, da stellen sie das Stundenhoroskop. Ganz genau. Und derjenige, der mich da anruft, überweist mir den Betrag in der Zwischenzeit. Wir verabreden einen Termin, wo wir die Frage beantworten. Das ist also immer relativ zeitnah, weil es ja oft auch um Fragen geht, wie ich habe eine ganz tolle Wohnung angeboten bekommen und ich fühle mich aber so unsicher, soll ich die wirklich kaufen? Gibt es da Probleme, die ich vielleicht nicht sehe? Das sind also echte Fragen, ja, nein. Ja, beziehungsweise meistens werden sie dann so gestellt, dass sie nicht ein Ja, Nein ergeben, sondern gibt es Ja oder welche Art von Schwierigkeiten könnten verborgen sein? Das muss man gucken. Es gibt ja immer das berühmte Vorgespräch auch, bei dem ich versuche zu verstehen, was bewegt den Klienten jetzt diese Frage zu stellen und dann irgendwann kommt dann wirklich diese entscheidende Frage, auf die ich diese Antwort finden werde und dann vergehen ein paar Tage, in denen ich eben auch das Horoskop erstelle und nochmal drüber nachdenke und versuche eine Antwort zu finden und das sind meistens innerhalb von drei, vier Tagen gibt es dann das zweite Telefongespräch, wo ich dann diese Antwort finde und ich habe da überraschende, wirklich phänomenale Erfahrungen gemacht und insofern verstehe ich auch den Erik van Sloten, der ja ein großer Vertreter der klassischen Astrologie ist und immer gesagt hat, konkrete Prognose ist möglich, darüber gab es ja einen großen Streit in der Astrologenszene. Ich glaube, konkrete Prognose immer noch nicht wirklich möglich im Sinne der klassischen Astrologie, aber in dieser konkreten Situation kann man relativ konkret tatsächlich auf konkrete Fragen eine konkrete Antwort finden. Das ist schon ein Sonderfall in der Astrologie. Und in asiatischen Ländern werden ja die Astrologen auch herangezogen, um Firmengründungszeitpunkte vorzuschlagen, um Hochzeitstermine vorzuschlagen. Ich habe gehört, dass die Inder den Hochzeitstermin von Kate und William ganz schlimm fanden, so wie sie damals auch Diana und Charles einen anderen Termin vorgeschlagen hatten, aber die damaligen Royals haben nicht auf die indischen Astrologen gehört, mit schlechtem Erfolg. Machen sie sowas auch, dass sie also Firmengründungszeitpunkte bearbeiten, wenn jemand wissen will, wann soll ich die Firma gründen oder wann soll ich heiraten oder wann soll ich die Urlaubsreise antreten? Das nennt man, glaube ich, Elektionsastrologie. Sie sind perfekt vorbereitet, Herr Schende, jawohl, so nennt man das. Also die sogenannte Elektionsastrologie ist auch im Grunde eine ganz alte Tradition, die auf dem gleichen Gedanken natürlich beruht, zu sagen, da jede Zeit ihren bestimmten Inhalt hat, gibt es Inhalte, zu denen bestimmte Themen gut passen und andere nicht. Und wenn ich sage, jetzt ist ein Inhalt, wo Saturn sehr stark steht und Saturn steht für Prüfung und Bewährung und für gerade stehen, dann ist es ein guter Zeitpunkt, um eine Prüfung zu machen, aber vielleicht nicht ein guter Zeitpunkt, ein guter Zeitpunkt, um zu heiraten. Das heißt also, man würde dann schon sagen, okay, zwei Menschen wollen heiraten, ich schaue nach dem Termin, wo der Jupiter vielleicht besonders stark steht oder gut zu deren Horoskopen passt oder so. Das muss man dann im individuellen Fall immer genau gucken. Ja, ich habe solche Sachen gemacht und mache sie auch, biete sie an. Sie kommen nicht so häufig vor, aber ich habe die Situation auch gehabt, an die ich mich gerade konkret erinnere, dass jemand eine Selbstständigkeit in Gang bringen wollte und mir zwei Auswahltermine zur Verfügung stellte. Und tatsächlich waren beide richtig schlecht. Und im Grunde konnte ich in der konkreten Situation nur den weniger schlechten Termin vorschlagen und die Sache hat auch nicht geklappt. Und da kann man nur sagen, interessant, weil beide waren wirklich schlecht und im Grunde hätte man gleich sagen können, es hat keinen Wert. Das ist heikel und deswegen muss man immer gut gucken. Aber im Grunde kann man wirklich sagen, okay, es ist ein bisschen wie bei, ich denke immer, es ist wie bei Maria Thun und dem Thunschen Kalender für die Aussaattage und Pflanztage und Erntetage und Gießtage und so weiter im Gartenbau. Wir müssen erstmal das Grobe richten. Und wenn das Grobe gerichtet ist, sprich, wenn jemand sich selbstständig machen will, ist die Finanzierung gesichert, ist die Planung sauber und so weiter, also das ganze Konzept steht das, dann mache ich die Feinanalyse und sage, und jetzt suche ich mir noch den optimalen Zeitpunkt für den Anfang. Und so eine Elektionsanalyse kostet auch so 50, 60 Euro? Nein, die kostet mehr, weil das ist richtig Arbeit. Also die kostet mindestens so viel wie ein Geburtshoroskop, eher 200 Euro oder mehr, weil da steckt richtig Arbeit drin. Da muss ich ja verschiedenste Termine mir angucken, in Bezug setzen zum Geburtshoroskop. Deswegen wird es auch nicht so oft nachgefragt, weil es einfach ein bisschen vorbei ist. Das ist die Königsdisziplin. In gewisser Weise könnte man das schon sagen, ja. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, genügend über Ihr Spektrum von Dienstleistungen uns unterhalten. Gibt es noch was, was wir vergessen haben? Naja, sagen wir mal so, wenn jemand irgendwann gesagt, ich habe das alles so spannend gefunden, ich möchte das verstehen, wie funktioniert das überhaupt und wieso hat das eine Logik und welche Logik ist das, dann biete ich Kurse an. Ich biete Schnupperkurse an für Leute, die einfach mal ein tieferes Verständnis über Astrologie gewinnen möchten. Jetzt sind wir beim Ausbildungszentrum. Sie sind ein anerkanntes Ausbildungszentrum des Deutschen Astrologenverbandes. Gibt es in Hannover noch ein zweites? Nein. Sie sind die einzige in Hannover, die diese Anerkennung hat? Ja. Ah ja. Also was macht dieses Ausbildungszentrum? Das Ausbildungszentrum bietet fundierte Astrologieausbildung an. Also man kann bei mir zur Astrologin, zum Astrologen werden. Wie gesagt, erstmal muss man ja nur das Know-how erwerben und verstehen lernen und rechnen lernen unter Umständen und die Deutungstechniken verstehen und anwenden üben. Das kann man alles bei mir lernen. Wenn man dann den nächsten Schritt gehen will in zwei bis drei Jahren in berufsbegleitenden Ausbildungen, so ist das geplant, wenn man dann den nächsten Schritt gehen will und sagt, Mensch, ich möchte auch die Verbandsprüfung machen. Ich möchte gerne sozusagen, dass die Klienten Spreu vom Weizen trennen können und mich erkennen als Qualität. Und so einen Stempel kriegen. Genau, und so einen schönen Stempel kriegen. Dann können Sie ja beim DAV diese Prüfung machen und alles, was ich gelehrt habe, passt sozusagen nahtlos in diese Voraussetzung rein. Also sprich, ich biete die Techniken und das Know-how an, was gefordert wird für die Prüfung. Und deswegen wurden Sie auch anerkannt vom DAV? Genau, man muss die Prüfung nicht machen. Das ist überhaupt kein Zwang. Das kann jeder freiwillig entscheiden, ob und wann man das macht und ob man es überhaupt jemals macht. Aber wenn man es machen will, dann hat man bei mir die entsprechenden Voraussetzungen gelernt. Und Sie sind noch so eine Art regionale Anlaufstelle. Können Sie dazu was sagen? Ja, es gibt seit vielen Jahren regionale Ansprechpartner des DAV, weil der DAV ja mit seiner relativ kleinen Geschäftszülle, könnte man auch sagen, und überhaupt mit seinem relativ kleinen Budget auch, ja nicht wirklich alles abdecken kann, was so bundesweit an Interesse für Astrologie da sein könnte. Und darum hat er gesagt, es wäre doch schön, wenn Leute vor Ort quasi Ansprechpartner sind, wenn sie mal ein Prospekt verschicken können, wenn sie mal Fragen beantworten können, wenn sie vielleicht auch mal eine Veranstaltung machen und in irgendeiner Form sozusagen die Vernetzung, die bundesweit ein bisschen voranbringen. Und deswegen gibt es diese regionalen Kontaktstellen des DAV oder regionale Ansprechpartner. Und da machen Sie auch was? Sie bieten da was an. Ich habe über viele Jahre einen Arbeitskreis angeboten. Den gibt es zurzeit nicht mehr. Im Moment bin ich so am überlegen, ob es mal wieder eine Neuauflage geben könnte. Das ist aber noch nicht endgültig entschieden. Und ansonsten bin ich einfach Ansprechpartnerin, wenn jemand Fragen hat zum DAV. Sie machen doch irgendwas regelmäßig. Ich habe gesehen durch Ihre E-Mails, dass Sie in regelmäßigen Abständen die Öffentlichkeit gewissermaßen zu sich einladen. Ja, das stimmt. Ich mache Vortragsabende immer mal wieder, speziell zum Frühlingsanfang, weil das ja sozusagen der Jahresanfang der Astrologen ist. Wenn also die Sonne in das Tierkreiszeichen Witter eintritt und die Sonne steht am 21. März eben auf Nullgrad Witter, manchmal ist es auch der 20. März, dann beginnt ja für uns das neue astrologische Jahr. Das ist also eine Zäsur sozusagen im Jahr und deswegen mache ich dann immer gerne einen großen Vortragsabend zum Thema Astrologie und meistens mache ich dann auch sechs Monate später zum Herbstanfang, also wenn die Sonne auf Nullgrad Waage steht, um den 22. September herum, mache ich dann eben auch einen Vortragsabend zu irgendeinem astrologischen Thema und die Leute können zu mir kommen, können meine Arbeit kennenlernen, können mich kennenlernen, können sich untereinander kennenlernen. Es gibt immer einen geselligen Ausklang beim Glas Wein, sodass man quasi Infotainment hat. Man lernt was und man kann sich gut unterhalten. Und wie kann man darüber erfahren, wann diese Termine sind? Gibt es da bei Ihnen so ein Newsletter oder kann man sich in einen E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen? Also ich habe natürlich die Homepage www.astrologie-zentrum-hannover.de und ich versuche auch, meine Homepage immer aktuell zu halten, was mir mehr mal weniger gut gelingt. Aber man kann sich bei mir in den Verteiler aufnehmen lassen für E-Mails. Wie macht man das? Schreibt man E-Mails? Man schreibt mir einfach eine kleine E-Mail oder ruft mich kurz an. Und dann sind Sie im Verteiler und vier bis sechs Mal pro Jahr schicke ich eben aktuelle Rundmails rum. Demnächst werde ich sicherlich eine Rundmail verschicken und die Leute darauf hinweisen, dass es jetzt diese wunderbare Sendung im Internet zu finden gibt. Und so werden halt immer, wenn aktuelle Sachen anliegen, Leute informiert und natürlich auch über meine Veranstaltung, über meine Vorträge, Kurse, was es so gerade gibt. Es gab ja in der Vergangenheit einige Highlights, wo Sie beteiligt waren. Ich erinnere mich dunkel, dass Sie da mit der evangelischen Kirche ziemlich professionelle Kongressveranstaltungen gemacht haben. Können Sie uns dazu was erzählen? Ja. Die Stadtakademie und Sie, also der Pastor Stier und Sie als Person waren da sehr stark engagiert. Was lief da ab? Das war was Besonderes. Das habe ich seinerzeit fast mehr zufällig entwickelt, könnte man sagen. Ich lernte eines Tages Pastor Stier kennen, einen sehr unterstützenden, freundlichen Menschen, der der Leiter der Evangelischen Regional- und Stadtakademie war. In Hannover. In Hannover, genau. Und dem trug ich sozusagen mein Anliegen vor, nämlich, dass ich spürte, ich war ja seinerzeit in der Kirche sehr aktiv, spürte aber so viel Widerstand von Seiten, ja einerseits offiziell hatte ich das Gefühl, dass die Kirche ja gar große Berührungsängste hat, wenn es um Astrologie geht. In meiner eigenen Kirchengemeinde merkte ich, dass die Leute sich nicht trauten, mich anzusprechen. Sie wussten ja, dass ich irgendwie Astrologin bin und ich kenne das überall sonst. Das Schmuggelkind der Gesellschaft. Ja, so kann man es sagen. Und überall, wo ich sonst auftauche, merke ich doch, wie Leute sehr neugierig sind und mich umringen und auf Partys alles wissen wollen oder die Party-Astrologin. Ja, so ungefähr. Aber ausgerechnet in der Kirche fand das nicht statt und das fand ich schon seltsam. Ich dachte, das kann ja wohl nicht sein, dass denen das alles so egal ist. Also da gibt es ganz offensichtlich eine Scheu und die hat mich dann auch ergriffen, diese Scheu, dass ich dann nicht mehr unbefangen über meine Arbeit und über mein Interesse so sprechen mochte. Und dann dachte ich, es wird doch Zeit, das mal auf eine andere Ebene zu heben und das ein Stück weit vielleicht über irgendwelche Informationsveranstaltungen da auch mal ins Gespräch zu kommen und zu gucken, müssen wir da voreinander so viel Angst haben oder was ist es da, was uns da in so einen Tabubereich bringt. Ist das überhaupt richtig und nötig und können wir das nicht einfach sein lassen? Kurz, es ergab sich ein Gespräch, es ergab sich ein Treffen von mehreren Freunden des Themas. Wir hatten einen sehr großen Unterstützer und Förderer dieser Angelegenheit, Dr. Werner Mayhorst. Den früheren Präsidenten der Ingenieurkammer und der Bundesingenieurkammer. Ja. Und heute auch Ehrenvorsitzender der Ingenieurkammer. Ja, ganz genau, eine ganz bemerkenswerte Persönlichkeit, genau. Und es fanden dann die ersten Gespräche, Sondierungsgespräche sozusagen statt und wir konnten Herrn Pastor Stier überzeugen, doch mal eine Tagung zu veranstalten zum Thema Astrologie und Christentum und zwar unter der Oberidee sozusagen zu gucken, welche Brücken lassen sich da bauen. Also nicht in den Fokus zu nehmen, was trennt die beiden, sondern was verbindet die beiden. Und das war eine sehr spannende Tagung. Wer kam da als Referent? Ja, das war eine bunte Mischung. Da war vor allem, an wen erinnere ich mich dann besonders, da war ein... Diese Tagung, die erste, da haben Sie das Programm ja auch mitgehabt, den lesen Sie einfach doch mal aus dem Programm vor. Ja, also bei der ersten Tagung konnten wir Pater Dr. Gerhard Voss gewinnen, ein Benediktiner-Pater und Leiter des Ökumenischen Instituts der Abtei Nieder-Alteich. Der hat doch einige Bücher geschrieben. Ja, der hat ein besonderes Buch geschrieben, das heißt Astrologie christlich. Und das musste ja sogar vom Vatikan hier abgesegnet werden und ist es auch. Also ein sehr spannendes Buch. Hat also die sogenannte Imprimatur bekommen. Und Pater Gerhard Voss war bei allen vier Tagungen dabei, die jemals stattgefunden haben. Also es fing ja an 2003. Am 15. November war diese erste Tagung. Da war dann auch ein Privatdozent Dr. Günther Oestmann aus Bremen dabei, der aus historischer Sicht einen Vortrag gehalten hat. Dann war Detlef Hofer, der damalige Vorsitzende des Deutschen Astrologenverbandes, als Referent geladen. Dr. Gustav Adolf Schöner, Religionswissenschaftler von der Uni Hannover, hat seinerzeit auch geblieben. Der habilitiert sich doch zur Zeit über Astrologie, Geschichtliches und Religionswissenschaftliches. Ja, genau. Der war auch bei allen Tagungen immer Referent dabei. Dann gab es Dr. Christoph Schubert Weller. Den heutigen Vorsitzenden. Den heutigen Vorsitzenden, der auch einen astrologischen Vortrag gehalten hat. Und Professor Dr. Dietrich von Heimann, ein Religionspädagoge aus Freiburg. Ah ja. Sodass wir quasi eine relativ große Bandbreite hatten, um zu sagen, ja, was verbindet eigentlich die beiden Disziplinen. Das ist eben das Besondere, dass Astrologie und Christentum ja eine große, erstmal geschichtliche gemeinsame Vergangenheit haben, aber dass wir auch an den gleichen Themen dran sind. Und die Tagungen sind alle dokumentiert worden? Die Tagungen sind alle dokumentiert worden. Darüber bin ich sehr froh und dankbar. Das ist seinerzeit im Grunde aus einer Notwendigkeit heraus entstanden, weil, interessanterweise, und da sind wir wieder bei der Problematik der Ablehnung der Astrologie. Normalerweise werden die Tagungen der Regionalen Stadtakademie von einem Förderkreis, von einer Stiftung gefördert, einer evangelischen Stiftung, Bischof Lohse Stiftung oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie sie heißt. Aber auf jeden Fall wurde unser Antrag seinerzeit sang- und klanglos abgeschmittert. Also der Antrag auf finanzielle Unterstützung dieser Tagung wurde abgelehnt. So etwas Schmuddeliges wollen wir nicht haben. Wurde nicht begründet, war abgelehnt. Und das heißt, wir konnten unsere Referenten nicht bezahlen, wir konnten ihnen keine Überdachtung gewähren, keine Reisekosten zahlen. Und wenn jemand aber schon wegen einer kleinen Tagung quer durch die Republik fährt, muss er wenigstens Reisekosten und so weiter ersetzt bekommen. Also kurz und grün, wir hatten eine Finanzierungslücke von einigen tausend Euro. Und dann hat uns erstens Dr. Mayhorst sehr schön unterstützt. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, wenn alle Referenten ihre Beiträge uns kostenfrei zur Verfügung stellen, sodass wir eine Dokumentation erstellen und verkaufen können, dann könnte es klappen. Und siehe da, es hat geklappt. Und das gab es viermal. Und das gab es viermal. Und vier Dokumentationen. Ganz genau. Nach der ersten Tagung war Pastor Stier seinerzeit so überrascht, im Grunde auch, von dem, was er da gelernt hat an dem Tag. Und so angetan, dass er gesagt hat, das können wir gerne vertiefen und weitermachen. Sodass dann die zweite Tagung entstanden ist, ein Jahr später. Die hat dann im Dezember 2004 stattgefunden. Die hieß dann Gott, die Sterne und der Mensch. Astrologie als Orientierungshilfe in Geschichte und Gegenwart. Auch wieder unter anderem mit Pater Voss und mit Dr. Schöner. Sie hatten doch einmal auch diesen ursprünglich aus Deutschland kommenden, aber jetzt in Holland an der Universität lehrenden Religionswissenschaftler dabei. Koko von Stuttgart war doch auch mal Referent auf einer ihrer Tage. Wissen Sie denn über Koko von Stuttgart noch Erwähnenswertes? Ist das für Sie eine wichtige Person in Ihrer persönlichen Praxis? Ja, unbedingt. Koko von Stuttgart, Religionswissenschaftler, der seinerzeit an der Uni Bremen gearbeitet hat, hat ja ein Buch geschrieben über Lilith. Das war das erste wichtige Astrologiebuch über Lilith, was ich persönlich so einschätze. Und ich habe ihn seinerzeit auch mal als Referenten nach Hannover geholt. Also er hat einen Vortrag hier in Hannover gehalten über sein Buch, worüber ich mich heute noch freue. Und er hat schöne Bücher über die Geschichte der Astrologie auch geschrieben und über Esoterik. Also Koko von Stuttgart ist einfach jemand, der auch die Brücke zur Wissenschaft schlägt. Das war ja sein Manneswissens in Amsterdam zunächst gemacht als Juniorprofessor und heute ist er ein sehr renommierter Religionswissenschaftler in Groningen. Genau. Einer sehr renommierten Universität. Und auf die Weise haben Sie mitgewirkt, die Astrologie auch tagungsmäßig mit der Evangelischen Kirche zusammen hier in Hannover zu repräsentieren. Genau. Und da ja das, wie gesagt, so großen Anklang fand, bei der ersten Tagung waren so viele Menschen, hatten sich so viele Menschen angemeldet, dass wenn über 100 Leute da waren, wir die zum Teil gar nicht mehr aufnehmen konnten, weil der Tagungsraum nur 100 Leute fasste. Und aus feuertechnischen Gründen muss man dann auch sehr streng sein und so weiter. Also jedenfalls war da also eine große Resonanz. Es zeigte einfach, da war Interesse, da war Bedarf. Die Leute wollten sich informieren. Die spüren einfach, dass das, was man so normalerweise durch diesen Vorurteilsfilter geliefert bekommt, auch so nicht stimmt. Und das war schön. Wir hatten also einfach eine Chance, ein bisschen aufzuklären, Vorurteile aufzulösen, Ängste vielleicht auch ein bisschen zu bereinigen. Ja, und insgesamt einfach zu informieren über das, was da an großartiger Philosophie eigentlich in der Astrologie drinsteckt. Und wo kann man diese Dokumentation bekommen? Gibt es die noch zu kaufen? Also ich glaube, die sind alle mehr oder weniger vergriffen. Die Restbestände hat Reinhard Stiele von Astronova aufgekauft, vom Chiron Verlag. Und von einigen der Tagungen kann man wohl noch die Dokumentationen erwerben. Da müsste man dann in Tübingen bei Reinhard Stiele. Genau, da müsste man sich bei Reinhard Stiele in Tübingen informieren. Zum Schluss unseres letzten Teiles vielleicht noch eine Frage. Sie haben auf diesen Tagungen ja auch Vorträge, also mit der Stadtakademie auf diesen Tagen haben Sie Vorträge gehalten, die so in die Richtung Astrologie und bildende Kunst, Astrologie in der Kunst. Was können Sie denn uns zu diesem Spezialgebiet sagen, was ja Sie sehr zu faszinieren scheint? Ja, da Astrologie eine große Rolle immer im Laufe der Kulturgeschichte des Menschen gespielt hat, kann man wirklich so sagen, hat sie natürlich auch ihre Spuren hinterlassen in kulturellen Ereignissen, Erzeugnissen und so weiter. Und deswegen, wenn man also ein bisschen genauer guckt, findet man astrologische Symbolik immer, immer wieder. Und es gab eine Hochzeit der Astrologie, das war die Renaissance, als man quasi die Antike neu entdeckte. Und die Astrologie ist ja erstmal eine sehr alte Tradition. Wir können sagen, die ältesten astrologischen Spuren lassen sich bis ins dritte Jahrtausend vor Christi verfolgen. Also die Sumerer waren das Volk, mit dem ich am ehesten die astrologische Thematik verbinde und dann später aber auch die Babylonier und die Arkadier und alle diese Leute und Völker, die quasi im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, also in der heutigen Gelände der Irak, des Iraks leben. Also diese Völker haben sich intensiv mit Astrologie beschäftigt und haben sie dann auch in die Welt getragen. Vermutlich kommt die indische Astrologie aus diesen Quellen. Und die ägyptische Astrologie, da kann man drüber streiten, war die vielleicht gleichzeitig da oder war sie vielleicht noch eher da. Auch hier gibt es jedenfalls eine uralte Tradition. Und auf jeden Fall hat das dann die griechische und später die römische Astrologie quasi geprägt und entwickelt. Und als dann in der Renaissance-Zeit die Astrologie wieder neu entdeckt wurde mit der Antike, gab es eben wirklich eine große, große Blütezeit. Die Araber hatten auch die Astrologie längst weiterentwickelt, sodass man sagen kann, es gab da einen reichen Fundus. Und es deswegen gibt es eben kaum einen Künstler, kaum einen Wissenschaftler, der in der Zeit sich nicht mit Astrologie auseinandergesetzt hätte. Einige sicherlich auch kritisch, aber die allermeisten doch eher auch positiv, die das einfach genutzt haben für sich oder das als spirituelles System verstanden haben oder als philosophisches doch zumindest. Und nun gibt es das berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci, über das ja inzwischen viel geschrieben worden ist. Aber da ist man relativ sicher, dass Leonardo Jesus und seine zwölf Jünger quasi mit den Attributen der zwölf Tierkreiszeichen ausgestattet hat. Und wenn man erstmal verstanden hat die Signaturen der zwölf Tierkreiszeichen, dann sieht man sie sofort in den zwölf Jüngern. Und kann wirklich sagen, ja das ist jetzt nicht ausgedacht oder Zufall, sondern da steckt eine Systematik und eine Logik hinter. Und das ist etwas, was ich ein bisschen genauer mir angeguckt habe. Da haben andere Autoren, zum Beispiel der Herr Schult mit T drüber gearbeitet in dem Buch Astrosophie. Zwei-Bindig. Ja, genau. Und das kann man an verschiedenen Stellen auch nachlesen. Aber das ist eben etwas, was man immer wieder findet, dass sich Künstler, seines Dichter, Schriftsteller, Maler, Bildhauer sich mit Astrologie beschäftigt haben. Jetzt zum Beispiel erzählte mir gerade eine Freundin, dass sie in Nizza war im Chagall-Museum und dass da ein wunderbarer Tierkreis von Chagall an der Wand aufgemalt ist. Ich kenne den auch, ich habe das als Postkarte. Sie sagt, es rührt, eine zu Tränen. Es ist so ergreifend, wie Chagall diesen Tierkreis darstellt. Und Sie in Hannover haben ja auch Beziehungen zur Astrologie durch eine Künstlerin, die hier in Hannover gearbeitet hat. Was wissen Sie denn dazu? Meinen Sie Niki de Sanfal? Ja, genau. Ja, da war ich gerade mit meiner Kollegin aus Dortmund, um ihr die Grotte zu zeigen. Und da waren wir natürlich auch wieder in den Herrenhäuser Gärten. Die Grotte von den Herrenhäuser Gärten hat ja Niki de Sanfal ausgestaltet. Sehr schön, einen Sonnenraum, einen Mondraum, einen Himmel- und Sterneraum, könnte man sagen. Und immer wieder mit astrologischen Symbolen, aber auch mit dem Yin-Yang-Symbol. Also sie hat sich sehr stark mit Symbolik der Welt beschäftigt, würde ich sagen. Das Symbol der Schlange des Eis und so weiter kommt da auch vor. Ich dachte jetzt, dass Sie mehr über Ihre italienischen Aktivitäten was erzählen würden. Ach so, Sie meinen den Tarotgarten? Ja. Ja, ich war vor ein paar Jahren in Italien und habe mir den Tarotgarten von Niki de Sanfal angeguckt, der also in Umbrien liegt. Sehr, sehr schön, wo sie quasi die großen Arcana umgesetzt hat und da natürlich auch alle möglichen Astro-Symbole auch vorkommen. Aber mit Tarot arbeiten Sie persönlich nicht? Nein, nicht jedenfalls berufsmäßig. Ich nutze das Tarot-System privat, aber nicht beruflich. Damit es nicht zu lange wird mit dem dritten Teil, noch eine letzte abschließende Frage. Sie haben auch das Wort Astrophilosophie in Ihrem Homepage-Auftritt, um es mal so zu sagen. Was verbirgt sich hinter Astrophilosophie? Ich habe meine Praxis zunächst Astrophilosophie genannt, weil für mich Astrologie ein philosophisches System darstellt und weil ich dem sozusagen Ausdruck geben wollte. Für mich ist ganz klar, die Suche nach Erkenntnis, die Frage nach dem Menschen, die Frage nach Welt, nach Gott ist eine philosophische Frage oder sind philosophische Fragen und die Antwort in den Sternen zu finden oder zu suchen und diese Beziehung zwischen Planeten und Menschen herzustellen, ist letztlich für mich ein philosophischer Ansatz. Und bestimmte andere philosophische Traditionen haben in der astrologischen Tradition Eingang gefunden, wie zum Beispiel Gedanken der Stoa, dass man zum Beispiel das rechte Maß finden möge, dass man in der Freude nicht sich exaltieren soll, dass man im Kummer sich nicht erschlagen lassen soll von den Dingen, sondern dass es immer darum geht, sozusagen in einen Zustand der Gelassenheit zu kommen. Das sind ja Gedanken, die wir durchaus in der Astrologie aufgreifen und einsetzen. Also stoisches philosophisches Gedankengut findet sich wieder, aber auch Gedanken der Hermetik und der Gnosis, alles das finden wir wieder und deswegen kann man sagen, es ist eine Mischung zwischen Suche nach der Wahrheit, Suche nach Erkenntnis, Suche nach Gott, Suche nach Wahrheit, auf jeden Fall eine philosophische Betrachtung. Und es gibt keine endgültigen und eindeutigen Antworten, es gibt immer nur vorläufige Versuche. Wir arbeiten ständig mit Modellen, wir versuchen uns die Welt und den Menschen zu erklären. Mal haben wir das Gefühl, wir hätten es ganz gut geschafft, dann kommen wieder Neuerkenntnisse, die alles über den Haufen werfen. Also so ist der Mensch seit drei, viertausend Jahren doch immer ein Fragender und ein Suchender. Aber solange er sich noch wundert, solange er noch Dinge ihn ins Erstaunen versetzen, solange sind wir philosophische Menschen oder philosophisch aktiv und die Astrologie ganz besonders ist eben eine Philosophie. Das wollte ich mit meinem Praxisnamen belegen. Und deswegen haben Sie dann auch 2007 in Ihren Räumen einen Astrologischen Forschungstag veranstaltet, den wir jetzt nicht weiter diskutieren wollen. Darüber gibt es ein Buch mit dem Titel Astrologischer Forschungstag, der diesen Tag dokumentiert. Ja, Frau Beckerbauer, herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Eine sehr interessante Unterhaltung und vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer ja Lust, noch mehr zu erfahren. Dann können Sie in Ihrer Praxis vorbeischauen, zu Ihren Vortragsabenden kommen und ansonsten auch die Zeitschrift die Besten lesen, wo Sie regelmäßig ja die Haus- und Hofastrologin der Zeitschrift sind. Ganz genau. Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wer sich für die Geschichte der Astrologie interessiert, noch zwei kurze Literaturhinweise. Im Deutschsprachigen gibt es die Bücher von Koko von Stuttgart und Knappich zur Astrologiegeschichte und in Englisch die zweibändige Arbeit von Nikolaus Kämpchen. Herzlichen Dank für heute und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.